Der Fritz hat ja ein Tauchvideo gemacht von den Azoren. Morgen kommt schon das nächste, glaube ich. Morgen ist Samstag, genau. Er hat ein Tauchvideo gemacht, das habe ich mir auch angeschaut. Und als das rauskam, also als ich das gesehen habe, als er es online gestellt hat, da habe ich es zum ersten Mal übrigens gesehen, dachte ich, ja, kann man machen. Ich kenne die deutsche Tauchszene einigermaßen. Und dann dachte ich, jetzt lehne ich mich mal zurück und gucke mal, was passiert. Am Ende können Taucher Dinge nur bewerten, wenn sie dabei waren oder das live gesehen haben. Dann finde ich, kann man irgendwie was dazu sagen. Und ansonsten, ja, also die Tauchszene ist eine schwierige, eine empfindliche, eine schwierige Szene. Und wenn da natürlich Anfänger Fritzchen kommt und so ein Video rausknallt, dann rappelt es in der Kiste. Und zwar mächtig. Nachdem Fritz' Video rauskam, das ist die deutsche Tauchszene. Also Fritz hat das Video rausgehauen, völlig unbedarft, mega geil. Einfach irgendwas zusammengeschnitten, bupp, rausgehauen, möglichst geil. Sich keine Gedanken gemacht, weil er das ja auch gar nicht wissen kann, was dann passiert und wie die Leute so reagieren, wie die Leute drauf sind, was er da so gesagt hat. Dann hat er das langsam mitgekriegt. Und die ganze Welt regte sich auf und Fritz machte genau das, was er da seht. Jetzt hagelte es Kritik und die ist an dieser Stelle, ich sag's jetzt ganz eindeutig in die Kamera, berechtigt. Habt alle recht. So, und jetzt gehen wir mal, gehen wir mal da rein. Und jetzt folgt die Reaction auf die Reaction von Commander Krieger. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ihr hört was und ich höre was, ja. Heute Commander Krieger reagiert auf Fritz Meinecke. Leider hat mein Buch, was ich da geschrieben habe, ist das schon so in der Menge der Kommentare untergegangen. Deswegen haben mich da ein paar Leute angeschrieben, auch weil sie das jetzt bei Hungriger Hugo gesehen haben und wollten das so ein bisschen erklärt haben, dass ich da mal eine Reaktion drauf mache. Haben mich angeschrieben, mach mal eine Reaktion drauf etc. Und hier ist die Reaktion. Ganz wichtig, wer bin ich überhaupt? Dass ich sowas sagen kann. Ich bin jetzt kein Tauchlehrer. Und Reaction beendet. Nein, Spaß. Also wir wissen über, also Hungriger Hugo kenne ich schon mal gar nicht. Und er ist kein Tauchlehrer. Das muss man auch gar nicht sein. Mir ist das tatsächlich völlig egal, wer was wie wo beim Tauchen ist. Ich bin übrigens auch kein Tauchlehrer. Kein Kursdirektor oder ähnliches. Machen Sie woanders hin? Wieso? Ich bin Divemaster. Ich bin quasi von meinem Ausbildungsstand der Assistent von einem Tauchlehrer. Ich bin selber Full Cave Diver. Full Cave Diver, für die, die es nicht wissen, ist ein voll ausgebildeter Höhlentaurer. Full Cave Diver, das bin ich auch. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Mexiko im Jahr 2011. Also bin ich jetzt seit zehn Jahren Full Cave Diver. Voll höhlenzertifiziert. Und ich veranstalte mehrere Tauchcamps im Jahr. Auch Tauchsafaris mit Abonnenten. Zum Beispiel hat man mit mir die Möglichkeit im April nächstes Jahr zu den Tigerhain zu fahren und Bullen. Sehr geil. Also wer das mal machen möchte, mit Tigerhaien tauchen, unglaublich geil. Muss man machen. Ich war da mal für ein Filmprojekt auf den Bahamas. Das sieht man glaube ich auch noch bei meinen Insta-Highlights irgendwo. Weiß ich gar nicht. Viele coole Bilder gemacht, viele coole Sachen gefilmt und sogar ein Hai gerettet. Ja, sehr geil. Unbedingt Tigerhaie müsst ihr machen. Rein da. Hammerhaien. Oh, Hammerhai. Einer meiner absoluten Lieblingshai, der große Hammerhai. Den finde ich richtig geil. Hat er auch schon gesehen. Hammer, wo ich ein ziemlich interessantes Angebot habe. Aber da möchte ich jetzt hier überhaupt nicht drauf eingehen. Ich möchte jetzt hier auf das eingehen, was Fritz gemacht hat. Und ganz wichtig. Ich sage erstens meine persönliche Meinung. Ich möchte ihn nicht angreifen. Ich möchte ihn nicht angreifen. Ich bin jetzt nicht da irgendwie da, um Fehler zu suchen, um ihn blöd dastehen zu lassen und zu sagen, nee, 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 das darfst du aber nicht. Sondern ich mache das hier gerade, weil ich ihn wirklich sehr schätze, weil ich die Aktion cool finde. Ich bin auch neidisch, dass ich nicht dabei war in irgendeiner Art und Weise. Nicht alle können dabei sein. Nur ausgewählte Personen. Nein, ich arbeite ja immer nur mit meinem Team. Und den Fritz habe ich mitgenommen, weil ich den natürlich einschätzen kann und weil ich den als Mensch kenne. Ich kenne ihn als Taucher. Ich war ja von seinem ersten Tauchgang dabei bis zu seinem letzten jetzt. Zwischendrin hat er, glaube ich, gesondelt unter Wasser oder irgendwas hat er gemacht. Da war ich natürlich nicht dabei. Aber ich habe den Fritz ja erlebt in der Halle. Ich habe ihn erlebt im See. Ich habe ihn erlebt in der Ostsee und im offenen Atlantik. Also das heißt, ich kann den Fritz taucherisch schon sehr gut einschätzen und kann deswegen sagen, alles klar, Bums, den kann ich mitnehmen, weil dem vertraue ich auch. Definitiv. Aber es sind Sachen, als ich die Videos gesehen habe, wurde mir schlecht. Ups. Also, als er die Videos gesehen hat, wurde ihm schlecht. Eigentlich sollen Videos ja was Schönes sein. Mir wird immer nur schlecht, wenn ich Arschlöcher Tiere quälen sehe oder irgendwelche blöden Videos. Also, weiß ich nicht. Da muss einem, glaube ich, jetzt erstmal nicht schlecht werden. Weil das etwas ist, was man mit so einer Verantwortung... Übrigens, apropos Verantwortung. Die Verantwortung bei solchen Tauchgängen trage ich als der etwas höher Zertifizierte. Was heißt etwas höher Zertifizierte? Ich habe einige Brevets, nennt man das, oder Tauchausbildung mehr als der Fritz. Ich tauche ja jetzt schon seit dem Jahr 2003. Habe eine Forschungstauchausbildung und habe ganz, ganz viele andere Scheine gemacht. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin der Höhebrevetierte und habe deswegen ein bisschen die Verantwortung auch für den Fritz. Und bin dafür, was da passiert, also verantwortlich. Nicht machen sollte. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen heute mit euch drüber reden. Wir fangen mit dem ersten Video an. Mission Geisternetze. Ist jetzt schon ein bisschen älter. Hey, das war es. Fritz ist da hingegangen. Wurde von Robert Mark Lehmann, Meeresbiologe, Forscher, Abenteurer, Weltmann, Mann von Welt, wie man sagen soll. Weltmann. Ich bin Weltmann. Okay. Ist eingeladen worden, glaube ich, mit seinem Unternehmen Submaris, einer Gruppe. Vorsicht, Submaris ist kein Unternehmen. Wir sind ein Zusammenschluss aus Forschungstauchern, eine sogenannte Bietergemeinschaft. Wir sind eine Forschungstauchgruppe. Begrifflichkeit. Egal. Mann von Welt und Weltmann, etc. Ah, so. Jetzt gehen wir rein. Auf die Ostsee zu fahren und dort Geisternetze zu bergen. Nein. Ich habe den Fritz nicht eingeladen, Geisternetze zu bergen. Ich habe den Fritz eingeladen, dabei zu sein, während ich Geisternetze berge. Der Fritz durfte mich begleiten. Ich würde den Fritz niemals Geisternetze bergen lassen. Davon ist er noch sehr weit entfernt. Also wirklich, da braucht man mehrere Tauausbildungen, viele Jahre Erfahrung. Ich habe den Fritz aber, der durfte mich begleiten. So. Und ganz kurz vorab, ich habe mir auch die anderen Videos angeschaut vom Fritz. Da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Allerdings ist das, was ich halt weiß, Fritz ein Tauchanfänger. Er hat im Die for Life, das ist hier bei mir um die Ecke in Siegburg, hat er seinen Tauchschein gemacht, bei der Doris Hofermann, die ich auch kenne. Doris Hofermann übrigens habe ich ausgewählt für den Fritz, weil sie ist eine Tauchlehrerin meines Vertrauens. Sie ist die zweitbeste Deutsche im Apnoetauchen, Apnoetauchen, Freitauchen, Freediving, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und eine Tauchlehrerin, wo ich alle Menschen hingebe, wo ich möchte, dass die auch nach ein paar Jahren noch am Leben sind. Also der vertraue ich sehr, was ihre Tauchausbildung betrifft. Auch eine sehr, sehr gute Tauchlehrerin, hat ja seinen Tauchschein gemacht, hat in einem Video erzählt, dass das 1500 Euro gekostet hat. Wo ich euch erstmal sagen wollte, lasst euch nicht durch den hohen Preis abschrecken. Also auch wenn man wirklich einen guten VIP-Kurs bucht etc., dann kostet so ein Tauchschein 550, 650 Euro vielleicht im VIP-Bereich. Man kriegt ihn auch schon für... Ja, also ein VIP-Tauchkurs, so wie das der Fritz gemacht hat. Nicht, weil er very important ist, sondern weil einfach die Corona-Auflagen so waren, dass man sowieso nur einen Menschen ausbilden durfte. Location-wise auch nur sich zwei oder drei Personen an einem Ort dort befinden durften. Den kriegt ihr nicht für 500 Euro. Zumindest nicht in Deutschland und nicht in der Qualität. Weil jetzt überlegt euch mal, die Doris ist ja zum Beispiel, genauso wie ich, selbstständig. Das heißt, die hat alle Kosten zu tragen, die muss Krankenversicherung bezahlen, die muss für den Fritz die Versicherung bezahlen, die muss die Karten, Anmeldung, Tauchflaschen, Ausrüstung, Kommunikation, E-Mail, Nachbereitung usw. Das machst du ja als Selbstständiger alles Mögliche. Und wenn du dann, der Fritz, die Tauchausbildung ging, vier Tage, vier volle Tage zu einem Tagessatz arbeiten würdest, der so bei 150 Euro liegt und bist dann mit acht bis zehn Stunden beschäftigt, hast du also einen Stundenlohn von 15 Euro, du gibst die Hälfte ab an den Staat in Sachen Mehrwert- und Einkommenssteuer, dann bist du bei einem Stundenlohn von sieben Euro als professionelle Taucherin. Nein, also das geht überhaupt nicht und das kann man überhaupt nicht machen und das ist auch überhaupt nicht realistisch, sondern ein guter VIP-Tauchkurs, also One-to-One, wo man wirklich viel lernt, wo man eine sehr, sehr intensive Betreuung kriegt, die kann locker 1500 Euro kosten, gibt es auch einige andere Verbände, bei denen das so viel kostet und ich finde, die sollte sogar das Doppelte kosten, weil die Menschen, die VIP-Betreuung machen, die müssen ja auch super viel Aufwand betreiben und dann kannst du das eben nicht auf vier Leute verteilen oder fünf Leute oder du lebst auch nicht im Ausland, hast geringere Lebenshaltungskosten oder sowieso ein geringeres Einkommen, also auf den Philippinen kostet sicherlich ein VIP-Kurs weniger oder in Ägypten als in Deutschland, bei einer der besten Taucherinnen in Deutschland, von daher, dass der 1500 Euro gekostet hat, guck mal hier ist mein Autofokus gleich weg, das ist völlig okay, das ist auch nachvollziehbar, der Selbstständige muss leben und das ist absolut 100% in Ordnung. Gut, also da weise ich die Kritik vom Commander tatsächlich zurück. 400, 450 Euro, wenn man aber dann das ganze Die4Life für sich exklusiv dazu bucht. Das hat der Fritz nicht dazu gebucht, das war Corona geschuldet, das durfte sowieso kein anderer rein. Kostet das halt 1500 Euro. Also bitte da das nicht so extrem sehen, wie es halt da. Und natürlich kann man auch woanders Tauchkurse machen, man müsste ja gar nicht one-to-one. Es kann ja in einer Gruppe sein, mit Freunden, das kann im Urlaub sein, dann gibt es den günstigsten Tauchschein, gibt es glaube ich auf, ey, jetzt nagelt mich nicht fest, ist es Honduras oder sowas? In Honduras? Holbosch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendwie sowas für 250 Dollar, sowas habe ich nie gemacht, weil das ist auch die Qualität, die ihr dabei bekommt. Ich habe immer nur sehr teure Tauchkurse gemacht. Ich habe mir immer nur die Besten rausgesucht in ihrem Bereich und wollte gerne von den Besten lernen. Und das habe ich natürlich auch immer bezahlen müssen und das finde ich auch total legitim. Deswegen habe ich zum Beispiel bei der, oder aus meiner Sicht, besten deutschen Apnoe-Taucherin, Apnoe-Tauchen gelernt bei eben Doris, Doris Hobermann. Ich habe bei, aus meiner Sicht, dem besten deutschen Taucher, Dirk Remmers, meine Tauchausbildung gemacht oder verschiedene Tauchausbildungen und so weiter. Also da bin ich einfach, ja, ich hätte für vier Tage Einzelkurs mit mehr gerechnet als 1500 Euro. Das sage ich euch auch. Also ich hätte auch gedacht, dass es mehr kostet, weil da kommt ja alles, da war alles inklusive. Von Theorienbericht bis Materialien und so weiter. Also das ist alles völlig legitim. Und meine Tauchkurse haben teilweise noch mehr gekostet, weil ich eben einfach, da kommen ja dann Gaskosten dazu später mal, da kostet auch ein Tauchkurs mal schnell 5000 Euro. Weil alleine das Gas für einen Tauchgang zum Beispiel schon 500 Euro kostet, was man da verballert. Aber okay. Aber das ist nicht Anfänger, so wie das jetzt Fritz jetzt gemacht hat. Ich habe die Duos für den Fritz ausgewählt, weil ich einfach wollte. One-on-one bei einer der Besten der Welt oder auch in Deutschland. Und jemandem, dem ich vertraue, den ich kenne, wo ich auch weiß, die zwei passen sehr, sehr gut zusammen und harmonieren unter den Bedingungen. So, das war mir einfach wichtig, weil ich habe ja mit dem Fritz einiges vorgehabt oder habe auch mit dem Fritz noch einiges vor an Sachen Tauchen. Auf jeden Fall, wenn man sich das Video anschaut, wo Fritz das Tauchen lernt, sieht man, dass er ein Maris-Jacket hatte, mit dem er ausgebildet worden ist oder auf dem er ausgebildet worden ist. Das Jacket ist quasi das, was man anhat. Ich versuche das so gut zu beschreiben für die Leute, die mit dem Tauchen keine Ahnung haben und versuche, das so ein bisschen transparent rüberzubringen. Das Jacket ist quasi der Auftriebskörper und die Verbindung zur Flasche. Das ist das, was ihr jetzt hier in grün seht mit diesem... Übrigens, das liebe ich, wenn Leute das immer so erklären, dass es auch selbst der Letzte verstehen kann für die Einfache. Macht er gut, finde ich geil. Und Straps mit dem H drauf, da ist die Flasche hinten dran gemacht. Hier hinten ist die erste Stufe, das ist die Verbindungsflasche zu den Atemreglern. Und dann gibt es hier die ganzen Schläuche und, 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 und so. Auf jeden Fall, er hat dieses Jacket damals von Maris gehabt. Das war ein sogenanntes ADV, ein Sporttauch-Jacket, was halt gerade für Anfänger sehr schön geeignet ist. Ja, aber ich finde zum Beispiel, das ist ein... Ihr habt jetzt schon den Begriff Sporttaucherei ein paar Mal gehört. Also Sporttauchen ist das, was jedermann quasi macht auf der Welt. Das ganz normale Tauchen, das Urlaubstauchen, das sportliche Tauchen, das normale Tauchen. Und das ist die eine Seite. Dann gibt es noch die andere Seite, das ist das Techtauchen. Darüber können wir mal ein gesondertes Video machen. Dazu gehören Höhlentauchen, Tiefestauchen, Tauchen mit anderen Gasen. Das sind auch so die Sachen, die ich mache, wo die Ausrüstung sich sehr, sehr schnell verändert. Das heißt, da taucht man etwas ganz, ganz anderes. Sporttauchen ist, ich sage mal, Anfängermodus und alles cool und wunderbar. Und damit kann man schön im Urlaub arbeiten. Techtauchen ist für die Leute, die noch etwas weiter gehen wollen. Dann gibt es noch das Berufstauchen. Das sind die Leute, die an den Ölbohrplattformen bohren und schweißen und dies und das. Und ich bin irgendwo in der Mitte, irgendwo säusel da rum mit meinem Forschungstauch-Dings da. So, ihr seht schon, die Leute schreiben das hier. Da gibt es tausend Sachen. So, und ich finde, oder ich bin ja bei keiner Organisation. Ich bin bei keiner Tauchorganisation oder so. Aber ich habe mir aus allen Kursen, die ich so gemacht habe, das waren in etwa, ich müsste jetzt lügen, keine Ahnung, ich müsste in meine Tauchprevets gucken, ich sage jetzt mal 30 Stück, immer das Beste rausgenommen, wo ich für mich merkte, geil, das finde ich gut, das nehme ich mir an, das kann ich mir leisten, das halte ich für sinnvoll, das finde ich Quatsch, das finde ich übertrieben, das finde ich nazihaft. Also habe ich das für mich entschieden und so meinen eigenen Weg entwickelt und habe mir da einiges aus dem Sporttauchen, einiges aus dem Forschungstauchen und einiges aus dem Techtauchen genommen. Und ich finde, wenn man zum Beispiel gleich mit einer etwas hochwertigeren Ausrüstung anfängt, so wie der Fritz, die Ausrüstung, die ich ihm empfohlen habe, ist eigentlich so in dem normalen Tauchbusiness mit das Beste, was man kaufen kann. Da hast du lange was von, das funktioniert gut, da hast du keine Probleme mit, das ist wartungsarm und man will ja den Kram ewig tauchen und der muss unter bestimmten Umständen funktionieren. Es gibt beim Tauchen so eine, ich sage jetzt mal einen kleinen Grundsatz und zwar, tauche nicht in unbekannten Wässern mit unbekannter Ausrüstung. Korrekt, tauche nicht in unbekannten Gewässern mit unbekannter Ausrüstung, das gebe ich ihm recht, das sollte man nicht machen, weil dann kommen zwei Faktoren zusammen, die dir Probleme machen. Aber der Fritz ist ja noch ein Anfänger, für den ist alles unbekannt, sowohl Ausrüstung als auch Gewässer und das Gute, was ihr hier in dem Video seht, ich bin ja auch dabei und die ganze Zeit, wenn ich mit Fritz tauchen gehe, bin ich immer auf armes Länge. So, ihr seht ja schon, mehr als diese Distanz lasse ich den Fritz schon gar nicht aus meiner Nähe. Und Fritz hat beim Tauchen gelernt, du hast deinen Atemregler und wenn du den nicht mehr brauchst, nimmst du den raus, wirfst ihn weg und hast hier deinen anderen Atemregler. Nein, also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute etwas sagen, wo sie gar nicht dabei waren. Der Kommander kann ja gar nicht wissen, wie der Fritz ausgebildet wurde und das ist auch okay, man nimmt an, er hat einen normalen Sporttauchkurs gemacht, aber wer sagt dann, dass er das gar nicht so gelernt hat mit dem langen Schlauch, es gibt da einen sehr längeren Schlauch, den legt man sich einmal am Hals, den gibt man dann ab im Notfall, das kann er gar nicht wissen. Der Kommander spricht jetzt hier von der normalen Variante, wie man das in einem normalen Anfängertauchkurs im Sporttauchbereich lernt. Aber es gibt ja auch Organisationen, die bilden das ganz anders aus und gehen gleich rein. Profi-Ausrüstung, Tech-Ausrüstung und gleich langer Schlauch, erzähle ich nachher, wozu man das braucht. Die erste Situation, die jetzt hier passiert, die finde ich jetzt noch nicht mal ganz so schlimm, aber es ist halt schon etwas, womit das Ganze anfängt. Profi-Ausrüstung erklärt jetzt gerade hier das ganze System und zwar hat er hier ein sogenanntes Longhose-System, das heißt, ihr seht gerade, dass er seinen Backup-Atemregler um den Hals gepackt hat. Hier mit diesem Bungee hat er ihn um den Hals, so tauche ich übrigens auch. Dann gibt es einen Longhose, dieser wird jetzt gleich, also ein langer Schlauch, dieser wird jetzt gleich hier unter seinem Arm durchgeführt, hier seht ihr es, geht dann hier hinten einmal um den Nacken rum und wird dann in den Mund geführt. So, wenn er jetzt also seinem Partner, seinem Buddy Luft sharen möchte, dann muss er den Atemregler aus dem Mund nicht tun, den Kopf runter und den Atemregler rüberreichen. Vorteil ist, durch diesen Longhose hat man eine sehr schöne, oder kann man eine sehr große Distanz zu seinem Buddy haben und der hängt einem nicht direkt irgendwie, was weiß ich, zwei Zentimeter auf der Pelle. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und man nimmt dann für seine eigene Luftversorgung den Backup-Atemregler, den Oktopus, der unter, der jetzt hier quasi in Gelb ist. So, das wird jetzt hier gerade mal kurz simuliert. Na ja, das haben wir nicht kurz simuliert, das habe ich dem Fritz schon ziemlich genau erklärt und das spielt auch jetzt in dem Fall überhaupt keine Rolle, weil er soll ja erstmal tauchen gehen. Und du weißt ja auch in einem Tauchkurs von Anfang an gar nicht, wo hier irgendwie, wo was ist. Das muss man langsam lernen. Also das haben wir schon ein bisschen öfter besprochen. Das war nicht nur eine kurze Einweisung, jetzt gehen wir tauchen, wiedersehen, wir sehen uns dann. Wie das funktioniert, so, zack. Und dann sieht man jetzt, dass er den Atemregler nehmen soll und das ist die einzige Übung. Dieses System kennt... Ja, das war nicht die einzige Übung. Wir haben das schon ein bisschen öfter geübt. Robert nicht. Er hat das jetzt gerade mal ganz kurz erklärt. Ich kenne das, ich glaube, er verwechselt nur die Namen. Also er denkt, dass ich Fritz bin. Ich kenne dieses System sehr gut, denn ich tauche danach und das schon seit vielen Jahren. Wir kommen an Bord, wo du gerade nervös bist, hast dich gerade in den Anzug gepellt und alles. Der Fritz ist sehr nervös. Und das soll er jetzt in einer Notsituation vernünftig, wie sollte ich sagen, behandeln? Nein. In einer Notsituation muss der Fritz mir keine Luft geben, weil ich habe ein eigenes zweites System dabei und ich habe einen Tauchpartner und der Fritz hat einen Aufpasser. Das heißt, falls der Fritz eine Notsituation bekommt, bekommt er das von uns. Deswegen habe ich das an der Stelle auch erklärt. Er hat ja immer einen Aufpasser unter Wasser und mich und einen Tauchpartner. Und deswegen muss der Fritz hier überhaupt nichts machen unter Wasser. Das ist tatsächlich nicht richtig. Lassen wir mal so dastehen. Wie gesagt, das ist das Jacket. Und erst mal ganz kurz vorab, ich lasse das mal den Robert erklären. Was sind überhaupt Geisternetze, Robert? Die Mission ist, die wissen wir überhaupt nicht, was hier Phase ist. Ich auch nicht. Doch, also pass auf. Es gibt in der Ostsee und in der Nordsee und in allen Weltmeeren eigentlich super viel Fischerei. Jeglichste Art. Ob das jetzt ein Schleppnetz ist oder ein Stellnetz oder eine Reuse oder so. Ich muss übrigens da auch mal sagen, ich finde es sehr, sehr geil, wie Robert Sachen erklärt. Also erklärt sie halt auch sehr anschaulich, sehr ausführlich. Grazie. Ich gebe mir immer Mühe mit den Erklärungen, das ausführlich, damit es auch der Letzte verstehen kann oder die Möglichkeit hat. Und ich finde, der Commander erklärt das ja auch alles sehr gut. So, dass halt auch jemand, der nichts mit der Materie zu tun hat, es versteht. Muss ich mal ein großes Lob aussprechen. Und ab und zu geht da mal so ein bisschen was verloren. Und das passiert in Europa mehrere tausend Mal pro Jahr. Allein in Deutschland schätzt man so 10.000 Netze, Netzteile, Reusen, Angeleien und so weiter. Also alles Mögliche geht verloren. Und das bleibt dann da unten liegen. Eigentlich ist das die Aufgabe der Regierung, das zu bergen oder der Fischer. Das ist ein EU-Recht, dass man das melden muss, wenn man ein Netz verloren hat oder dass man sogar bergen muss. Das machen jetzt nicht alle, also eigentlich eher die wenigsten. Und wir untersuchen ja die Ostsee und Nordsee wissenschaftlich. Und dabei machen wir zum Beispiel Schleppkamerafahrten und sehen immer wieder auf unseren Kamerafahrten, wenn wir den Meeresgrund untersuchen, da liegt jetzt ein Netz. Und dann drücken wir schnell auf den Punkt, GPS-Punkt und haben dann eine Netzverdachtsposition. Die fahren wir jetzt ab, gucken, ob da wirklich ein Netz liegt. Und wenn da eins liegt, dann holen wir das auch raus. Ganz einfach, weil uns das einfach stört. So, geile Aktion, finde ich cool. Supporte ich von ganz, wäre ich auch wie gesagt gerne mit dabei gewesen. So, dann gehen sie raus, haben die erste Location gefunden auf circa drei Meter, hissen die Tauffahne und ab geht's. So, Fritz, ne, allererste mal rein. Hier sieht man, er sagt es auch noch schön falsch, ne, Hand vor Maske und Atemregler. Ja, die typischen Anfängerfehler, Leute, die mache ich heute noch. Das Wichtigste ist, warum man die Hand hier vor die Maske nehmen soll, dass die Maske einem nicht abrutscht. Wenn er die Hand auf dem Kopf hat, dann kann das Maskenband von hinten auch kaum abrutschen. Aber das passiert am Anfang, da greift man mal an die falsche Stelle, alles halb so wild. Es ist, glaube ich, hier Fritz, weiß ich nicht, 10.11. Tauchgang, keine Ahnung. Da macht man solche Fehler völlig legitim. Maske blieb drauf, Fritz hat überlebt. Brauchen wir nicht drüber reden, sind halt Anfängerfehler, passiert halt, ne, ist halt einfach so. So, jetzt muss ich aber sagen, und das ist etwas, was ich sehr, sehr hart finde. Ich meine, sie gehen hin und holen diese Geisternetze. Nein, nicht sie, ich. Ich und mein Team holen Geisternetze. Geisternetze raus. Wie ihr gerade eben gehört habt, gibt es verschiedene Arten und Weisen. Es gibt Schleppnetze, okay, es gibt Reusen, okay, und es gibt Stellnetze. Stellnetze bedeutet, das sind Netze, die sich unter Wasser aufstellen, die aus kleinen Angelfäden bestehen und für den, auch für den erfahrenen Taucher, fast unsichtbar sind. Ja, wenn sie frisch sind, ist das richtig. Wenn jetzt Stellnetze sind, aber dann sieht man ja auch die Flaggen an der Oberfläche. Wenn ein Stellnetz ein Geisternetz ist, dann seht ihr das, wie ich das hier an der Stelle gerade in der Hand habe. Also der Orangene Taucher bin ich, trage da Orange, damit man mich gut sieht. Dann sind das so Würste, die sich auf dem Boden zusammengedreht haben. Die sind dann voll vereigt. Die siehst du also relativ gut. Die Netze funktionieren so, dass da ein Fisch reinschwimmt und sich direkt verheddert. Das ist jetzt nicht so, dass der Fisch da reinschwimmt und sagt, oh, hier ist ja ein Netz, hier ist ja ein Widerstand. Ich drehe mich um und tauche zurück. Nein, so funktioniert das nicht. Das sind Netze, die dafür gebaut worden sind, man muss es einfach mal so zu sagen, um Lebewesen zu töten, die da reinschwimmen und sich verheddern. Und wenn da jetzt ein Fritz mit einem Equipment reintaucht, dass er noch nie getaucht ist, beziehungsweise dass er nicht wirklich gehandelt bekommt, dann ist das schon wirklich gefährlich. Das stimmt. Also wenn der Fritz in ein Geisternetz schwimmen würde, dann wäre das doof. Aber ich bin dabei. Mein Team ist dabei. Der Fritz hat einen Sicherheitstaucher an der Seite. Ich würde einen Teufel tun, da ich ja die Verantwortung trage und den Fritz im Geisternetz anfassen lassen oder den da irgendwo alleine lassen oder sagen, Birgmann hier im Geisternetz mache alles ich, der Fritz darf ich begleiten und seine GoPro draufhalten. Das wäre sonst viel zu gefährlich. Ich vertraue ja nur meinem Team, ich nehme nur meine Profis mit. Aber anschauen darf er sich das in gebührendem Abstand und ich kann das ja einschätzen, ist das gefährlich oder nicht. Und dann sage ich dem Fritz schon, ey, bleib mal ein Stückchen zurück oder sag meinem Sicherheitshauch, den brauche ich jetzt gar nicht sagen, da war ich nur so. Und dann weiß er schon, alles klar, ich habe ein Auge drauf. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich bin ja nicht blöd. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen hier, du, 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 du. Das möchte ich nicht. Also bitte versteht diesen Sinn des Videos so. Ich möchte einfach nur... Das Wichtige ist bei dem Video, man kann natürlich immer nur auf das reagieren, was man sieht. Und nicht auf das, was man nicht sieht. Da müsst ihr immer im Kopf haben, wenn zum Beispiel eine Terra-X-Folge rauskommt oder ein Kinofilm oder alle Filme, die ihr so guckt, da seht ihr auch keine Kameramänner. Oder wenn jemand durch die Tür geht und man sieht es, dann steht ja dahinter kein Kameramann. Der geht halt dreimal durch die Tür. Also das ganze Surrounding, die Planung und so weiter, das seht ihr gar nicht. Sondern ihr seht nur immer das fertige Ergebnis vom draufgehalten aus der Sicht von Fritz. Da sind vielleicht auch noch andere Dinge im Hintergrund passiert. Ihm so ein bisschen sagen so, ey, sei vorsichtig mit der Scheiße, die du da machst, weil das kann ziemlich schnell... Hat er recht. Man muss extrem vorsichtig sein. Also Geisternetze bergen kam ja heute das neue Video, was Max und Johannes gemacht haben von mir aus dem Livestream, aus dem letzten. Es ist verdammt nochmal lebensgefährlich. Ich würde das nur mit meinem Team machen und der Fritz durfte aber zuschauen, weil ich den Fritz kenne, weil ich ihm vertraue, weil ich ihn als Taucher ja mit ausgebildet habe, weil ich von Tag 1, Stunde, Minute 1 dabei war, weil ich ihn ja quasi dahin gebracht habe und einschätzen kann, wie reagiert der Unterwasser, was ist der für ein Mensch, was traue ich dem zu, was traut er sich selber zu. Und weil ich dann die Person Fritz und die Person Fritz Taucher sehr, sehr gut einschätzen kann. Ziemlich gefährlich sein und das kommt in diesem Video. Natürlich, ich kenne es ja auch selber, ich habe ja auch angefangen zu tauchen und da bist du halt auch jemand, der Sachen sehr schnell sehr da nimmt. Ich habe auch ein Video gemacht, Haiangriffe in Ägypten. Oh, müssen wir uns angucken, Haiangriffe in Ägypten. Ich liebe Haiangriffe, habe das viel analysiert. Zusammen mit meinem Freund Dr. Erich Ritter, einer der größten Hai-Gurus da draußen, leider verstorben. Der hat die International Shark Attack File mitgegründet und mitgepflegt und da haben wir uns immer ordentlich Unfälle angeguckt. Also Haiangriffe, müssen wir reingehen, müssen wir uns anschauen. Finde ich nämlich mega geil. Was, wieso, weshalb, warum? Es ist kein wirklicher Haiangriff im Nachhinein. Klar, sucht man ein bisschen das, um ein bisschen die Leute zu baiten oder ein bisschen Schlagzeile zu machen oder ähnliches. Das ist gar keine Frage. Aber ich würde es begrüßen, dass wenn man gerade so viele Aufrufe und so viel Aufmerksamkeit auf so ein Video bekommt, dass man dann ein bisschen, ein bisschen mehr, und da kommen wir nachher beim zweiten Teil dieses Videos drauf, dass man da ein bisschen mehr auf die Sicherheit Wert legt und diese auch erklärt. Absolut richtig. Gebe ich dem Commander recht. Wenn du sowas schon machst und so ein geiles Video raushaust oder überhaupt ein Video raushaust, wo man etwas erklärt, dann muss man auch das erzählen, was außenrum stattfindet. Aber das findet man vielleicht auch nicht mehr so interessant. Dann wirkt das Video nicht mehr so krass oder so. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass alles, was mit Tauchen zu tun hat und was der Fritz mit mir macht, dass ich da sehr auf Sicherheit achte. Weil ich bin ein Ultrasicherheitsverladiger, fragt man mein Team. Die sagen manchmal, Robert, jetzt übertreib es nicht. Aber wir haben ja hier auch eine komplette Rettungskette. Da wird die Druckkammer vorher informiert. Es wird eine Gefährdungsanalyse geschrieben. Ich habe einen Sicherheitstaucher an Bord, einen Kapitän, Sauerstoff an Bord. Also hier werden schon viel, viel mehr Sicherheitsmaßnahmen gemacht als bei jedem normalen Sporttauchgang. Wir sind hier Forschungstauchen und der Fritz durfte mich bei meinem Forschungstauchen begleiten. Also macht euch keine Sorgen. Die Sachen, die sind extrem sicher und gut, gut abgesichert. Aber ich kann die Sorge vom Commander verstehen, weil er dieses Prozedere der Forschungstaucherei sicherlich auch gar nicht kennt. Und weil er gar nicht weiß, was hier übrigens passiert ist. Auch zeigt und auch praktiziert. So, auf jeden Fall, wenn man in so ein Stellennetz kommt, ich bewirschte, wenn er da reinkommen würde, selbst wenn er ein Messer dabei hat, da kannst du dich nicht so einfach rausschneiden oder so sagen, ach ja, hier ist ein und da. Ne, ist mir ja selber schon passiert. Ich habe mich schon im Stellennetz verhagelt und das war scheiße. Ist eine gefährliche Situation, aber ich tauche halt auch mit Profis und einem Team, was mir da rausgeholfen hat. Und nur so geht es. Also wir haben ja Profis dabei. Es gehen ja nicht ein paar Anfänger tauche ich an Geisternetz bergen, sondern mein Tauchteam, ich und wir nehmen den Fritz mit. Und hier, du kannst dich nicht mehr so frei bewegen. Und wenn du dann deinen Atemregler irgendwie verlierst und du versuchst da hin zu greifen und du hängst in dem scheiß Netz fest, dann hast du ein riesengroßes Problem. Da kannst du auch in der Wassertiefe von drei Metern echt hart ersaufen. So, und da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen sehr schade, dass das so gar nicht thematisiert wurde. Ja, kann man, Kritik an Fritz, kann man auf jeden Fall, wenn der schon sowas Gefährliches machen kann, im nächsten Video auf jeden Fall mal raushauen, wenn wir nochmal was Gefährliches zusammen machen. Und das werden wir. Da kann man auch nochmal die Sicherheitssachen erzählen, weil die euch natürlich auch total interessieren. Und das kann ich auch verstehen. Und man kann davon vielleicht sogar auch noch was lernen. Also ist wichtig. Sondern im Gegenteil. Robert hat in seinem Stream, ich verfolge ja beide, hat in seinem Stream auf Twitch gesagt, so ja, er taucht nur mit Profis und mit absoluten, erfahrenen Leuten, die wissen, was passiert. Das stimmt auch zu den Leuten, die zu seiner Crew gehören. Die sind auch Höhlentaucher, können Rebreather tauchen, Gasmischer, sind auch schon besonders tief getaucht und alles Mögliche. Aber du hast ja einen absoluten Anfänger mit dabei, der zu dem Zeitpunkt vielleicht drei Tauchgänge, vier Tauchgänge im offenen Wasser hatte. Ich glaube drei. Das war sein vierter in offenen Wasser und ich war ja bei allen dabei. Und deswegen ganz wichtig, Fritz macht nicht mit, er ist dabei. Das ist ein Riesenunterschied. Und dazu gehört auch der See, der Fühlinger See, wo er drin war. Wo wir übrigens unseren ersten Wels gesehen haben. Ey, Fritz, elfter Tauchgang oder so und mein, keine Ahnung, 2882 oder so, was weiß ich. Und ich sehe das erste Mal einen Wels und es war mega geil. Wir waren beide ultra happy und auch Doris hat uns das angesehen. Es war so cool, endlich mal so einen Fisch unter Wasser zu sehen. Sehr geil. Wie gesagt, geile Aktion, supporte ich, finde ich geil, etc. Und da braucht man halt einfach Training. Und ich finde es schade, dass das nicht so thematisiert worden ist. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Achso, und zum Geisternetz vielleicht auch nochmal ganz wichtig, falls sich da auch Leute noch darauf aufregen oder so. Also, das Netz, was der Fritz und ich geborgen haben, das kannte ich schon. Das habe ich vorher abgescootert mit meinem Tauchscooter, habe mir das komplett angeguckt. Habe auch 100 Meter davon schon durchtrennt, weil es war ein 400 Meter langes Netz. Dass wir das bergen können an einem sehr ruhigen Tag mit Sicherheitstaucher und so weiter. Das heißt, das war alles extrem gut geplant und nicht einfach so aus der offenen Hose. Ey, da ist ein Geisternetz, lass mal hochziehen, gar kein Problem. Also, da gucke ich dem Fritz natürlich sehr genau auf die Fingerchen und habe mir quasi für den Anfang etwas Leichtes, Ungefährliches und Machbares für ihn überlegt. Weil mir wichtig war, dass er das im Video schön darstellen kann und dass das eben ganz, ganz viele Leute sehen, was wir da so gemacht haben. Also, von daher, hier kann ich verstehen, dass man das kritisch sieht und Schwierigkeiten damit hat. Aber macht euch keine Sorgen, da war alles easy. Alles cool, keine Gefahr. So, und da wurde mir schlecht. Jetzt wird ihm schon wieder schlecht. Niemand muss schlecht werden. Alles wird gut. Ja, so wie ist es. Sie sind auf den Azoren gewesen. Projekt ebenfalls von Robert. Wale, Delfine, also große Meeressäugetiere dokumentieren, Haie dokumentieren. Alles, was dort aufgekommen ist, etc. Mega geil. Das Equipment, was sie haben, sieht mir nach einer Canon-Kamera aus, in einem Seacam-Gehäuse, Keldernlampen. Der Meister kennt sich aus, hat er alles richtig gemacht, jawohl. Also, ne, Robert hat da bestes Equipment. Wo ist denn jetzt hier die Aufnahme? Also, ich habe ja nur das Equipment nicht, weil ich es geil finde, sondern weil ich es natürlich professionell filmen muss. Ich könnte das auch machen wie Fritz. Immer nur schön eine GoPro hinhalten und dann ist schon alles geil. Weil, es ist schrecklich, mit dem Fritz tauchen zu gehen oder so, der hält eine GoPro hin und am Ende sehen die Aufnahmen aus wie meine. Und ich kitzle vielleicht nochmal so 10, 15, 20 Prozent besser raus, ja. Das ist eigentlich gemein. Und mein Scheiß kostet so unfassbar viel Geld. Naja, aber ich brauche ja die Profi-Ausrüstung. Es geht ja um 10-Bit-Videos, 4K, 120, Slow-Mo und so weiter, fürs Fernsehen oder Kino und so weiter. Deswegen tauche ich so einen teuren Kram. Bestes Equipment, mega cool, mega geil. Gut, hier haben wir ein Naughty-Cam-Gehäuse mit GoPro oben drauf, auch Bombe. Alles taco. Also, auf jeden Fall werden wir uns da auf schöne Aufnahmen freuen können. Ja, also ich habe ja meine Film-Aufträge, die ich erfüllen musste. Aber ich habe natürlich für euch, weil ihr euch das ja wünscht und weil ich ja jetzt auch auf YouTube bin, natürlich auch immer wieder dokumentiert. Der Nico hat mich ab und zu gefilmt. Ich habe ein paar Urtöne gegeben, GoPro, dies, das. Da wird es viele geile Videos geben und mit schönen Aufnahmen. Weil wir haben doch schon hier und da was Schönes gekriegt. Kommt so, wenn Max und Johannes in den Schnitt reingehen und 4K, 10-Bit-Videos und 13 Terabyte verarbeitet haben. Erste Aktion, bisschen Apnoe-Gedönsel. Ich kann nur eins sagen, meine Freundin ist begeisterte Apnoe-Taucherin, schafft es bis zu sieben. Genau, also wir haben angefangen auf den Azoren mit einem Test-Tauchgang-Equipment im Hafen. Haben ein bisschen Apnoe-Übung gemacht. Ich habe dem Fritz mal erklärt, wie man richtig abtaucht. Atemtechnik, Schnurchel aus dem Mund, bla bla bla. Weil mir das wichtig ist, dass er sich so ein bisschen ans Wasser gewöhnt, an die Temperaturen. Ich könnte auf den Azoren einfach so reinspringen, weil ich habe dort 14 Monate, glaube ich, insgesamt. 13 oder 14 Monate gelebt, als Tauchguide gearbeitet. Viele, 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 100 Tauchgänge gemacht. Ich weiß nicht, auf den Azoren bestimmt fast 1000. Und kenne dort alle Plätze, wie meine Westentasche, jeden Stein, jede Strömung, wann man wie, wo reingehen muss. Weiß ich alles in- und auswendig, weil das ist das Tauchervier, was ich am besten kenne tatsächlich. Und deswegen sind wir da hin. Und da war mir wichtig, dass der Fritz am Anfang so ein bisschen reinkommt ins Equipment. Der hat zum ersten Mal die langen Apnoe-Flossen getaucht. Und dann auch immer die Kamera dabei haben. Das ist nicht ganz unanspruchsvoll, weil da muss man das Equipment auch beherrschen. Deswegen haben wir quasi mit der Wassergewöhnung angefangen. Und das haben wir hier gemacht. Und dann sind wir auch ab und zu mal reingegangen zum Apnoe-Tauchen. Das heißt, wo der Fritz dann auch mal Ziel war für mich. Ich wollte unbedingt, dass das Fritz hinmal auf 10 Meter Wassertiefe runterknallt. Und mal dieses Gefühl erlebt, des Drucks, Freiheit, Freischweben, Schwerelosigkeit. Und ja, das war mir ganz wichtig. Und dann kriegt man ein gutes Gefühl für die Gewässer, für die Temperatur, für die Ausrüstung. Deswegen haben wir damit angefangen, ganz genau. Habe ich selber keine Erfahrung mit. Ich kann nur eins sagen, meine Freundin ist begeisterte Apnoe-Taucherin, schafft es bis zu sieben Minuten die Luft anzuhalten. Das wäre krass, oder das ist krass, weil mein Rekord ist 5,21. 5 Minuten, 21, statisch an der Wasseroberfläche liegend. Und die beste Deutsche, das ist Anna von Bötticher. Super krasses Apnoe-Talent. Müsste ich jetzt auch wieder lügen, müsste ich nachgucken. Kann mal einer nachgucken, was Anna von Böttichers Rekord ist? Ich glaube, 6 Minuten 14, wo ich das das letzte Mal wusste. Irgendwie vor zwei Jahren, was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt Menschen, die schaffen da 10 Minuten, 13 Minuten. Ich bin eher so mittel wie immer. 5 Minuten 21, aber 7 Minuten Kriegers Freundin ist super krass. Damit wäre sie die beste Deutsche. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Nur leider macht das Ganze mit Corona momentan so ein paar Problemchen. Kleiner Hinweis da noch, den man hier ab und zu sieht. Habe ich sie gefragt, zum Beispiel, seht ihr das jetzt hier, dass Fritz ausatmet? Da atmet der Fritz nicht aus. Da kommen noch so ein paar Luftblasen mit von der Maske, weil er nicht besonders tief gegangen ist. Aber er hat tatsächlich immer mal wieder ausgeatmet und sagte dann, ich sollte ausatmen. Ja, das ist eher so mittel. Das kann man machen, aber die Luft brauchst du ja. Und bei den Zeiten, die jetzt der Fritz da gemacht hat, der war, keine Ahnung, 30 Sekunden unter Wasser oder so, ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn du mal zwei oder drei Minuten da unter Wasser rumlümmelst, dann die Luft rauszulassen, ist gefährlich. Weil die brauchst du bis oben. Und da ist noch ein bisschen Sauerstoff drin, den sollte man nicht rauslassen. Das hat er hier richtig erkannt. Er atmet auf, ich kenne das auch selber, wenn man dann hoch geht und ausatmet, habe ich sie gefragt, wie das ist. Und da sagt sie, absolutes No-Go. Man behält die Luft so lange drin, bis man oben ist. Ich kenne das auch, dass man das macht, weil es angenehmer ist eigentlich für den Körper. Aber sie sagt, beim Apnoe-Tauchen Luft rauslassen ist nicht so angenehm, die will man schon behalten, weil die braucht man tatsächlich. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt eine Strömung kommt, die einen ein bisschen nach unten zieht und dass man länger braucht, um nach oben zu kommen. Ja, beim Apnoe-Tauchen kommt jetzt hier keine Strömung, die einen nach unten zieht. Wir tauchen hier bei absoluten Pipi-Verhältnissen, weil ich wollte natürlich, dass der Fritz erstmal sich dran gewöhnt und kann ihn natürlich nicht gleich in den offenen Atlantik werfen. Das wäre ja eher so ein Mittel. Dass man sich verschätzt oder so. Und während man ausatmet, verdient man auch diese ganze Energie. Das heißt, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man keine Luft mehr hat und man muss noch strampeln, dann kann man nicht mehr strampeln, weil man diese Energie nicht mehr hat. Hat er recht. Also nur eine ganz Kleinigkeit. Auf die Technik kann ich nicht eingehen. Da bin ich der... Ja, Technik am Anfang eher so mittel. Das ist aber so, wie ich auch angefangen habe. Dann machst du den Fahrradfahrer und irgendwann habe ich ihm mal gesagt, Mensch, mach doch mal schön aus der Hüfte. Schießt da aus der Hüfte, so wie sonst. Aber glaube ich und kann ich mir definitiv... Und übrigens auch Props an Fritz. Hat er geschafft. Zehn Meter. Alter, das muss man auch grundsätzlich mal sagen. Das Fritzchen, ich habe den ja von Minute eins unter Wasser begleitet. Von ich ersticke und hier kommt keine Luft raus, bis ich dübel mal eben im offenen Atlantik auf zehn Meter rum. Fühlinger See, Geisternetze tauchen, Sonnen, bup, 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 bup. Auf einer Atlantik. Also der hat schon ordentlich was abgerissen innerhalb kürzester Zeit. Und muss man auch sagen, ist auch total talentiert, was unter Wasser betrifft und fühlt sich da pudelwohl. Hat natürlich schwache Anfängerunsicherheiten, die wir alle hatten. Aber stellt sich wirklich, wirklich richtig gut an und wird sicherlich mal ein sehr, sehr guter Taucher werden. Alles andere würde mich wundern. Sehr schön und cool vorstellen. So, jetzt geht es aber los und zwar... Jetzt geht es aber los. Da ist eine Höhle. Aha. Stopp, halt, stopp. Ich möchte das nicht. Zurück. Das kann ich mir definitiv sehr schön und cool vorstellen. So. Jetzt... So. Dann habe ich ganz viel Kritik zugeschickt bekommen, dass wir Höhlen tauchen waren. Wir sehen hier, der Commander sagt das gerade, zwei Höhlen. Ja, aus normaler Interpretationssicht sind das zwei Höhlen. Der Tauchplatz heißt Monteregier in Fayal. Also da war ich 50 Mal oder so, was weiß ich. Sind keine Höhlen, sondern sind im Prinzip Löcher in der Wand die ganze Zeit oben offen. Also keine Unterwasserhöhle, in die man da jetzt reintaucht. Aber ich weiß, der Meinecke hat ein Video geschrieben, Unterwasserhöhle entdeckt. Ist keine Unterwasserhöhle. Es ist aus Menschens Sicht, normaler Mensch, sicherlich eine Höhle, weil es ist dunkel, Dach drüber und so weiter. Aber aus unterwassertaucherischer Sicht ist das keine Höhle. Jetzt geht es aber los und zwar, da ist eine Höhle. Nee. Und da geht es rein. Ausrüstung, die gleiche. Wichtiger Punkt, jetzt seht ihr es hier sehr, sehr schön. Ich gehe mal mit der Maus. Ich hoffe, kann man die Maus eigentlich sehen, ja. Hier hinten Nico und Tauchguide Martin. Und ich bin hier vorne vermutlich und der Fritz. Wir sind also zu viert. Shearwater Tauchcomputer, Boje, kleines Reel. Ist kein Reel, ist ein Spool. Das heißt, ein Reel wäre etwas mit einem Handgriff, wo man etwas aufreelen kann beim Höhlen tauchen. Das, was der Fritz hat, ist eine Sicherheitsboje mit einem kleinen Spool, das heißt, die man am Ende hochschießen kann auf dem 5 Meter Sicherheitsstopp oder wie auch immer schon etwas früher. und an der Spool so aus der Hand hochlassen kann, haben wir auch geübt. Lief eher so mittel beim ersten Mal beim Fritzchen. Deswegen muss man es auch ordentlich üben. Lampe, ja. Das Erste, was man bei... Ach genau, und ich habe gesagt, es wird heute ein bisschen dunkler. Nehme mal eine Tauchlampe mit, dass man auch ein bisschen was sieht. Oder unter Wasser auch die anschalten kann, dass man mal die Farbe auch in die GoPro kriegt. Sonst ist alles immer so grün und grau. Du Höhlen tauchen lernst. Du tauchst mit drei weiteren Lampen. Ja, also grundsätzlich. Wir waren nicht in einer Höhle tauchen. Ich bin ausgebildeter Höhlentaucher. Full Cave Diver, Full Cave DPV, Sidebound, was weiß ich. Also DPV ist Diver Propulsion Vehicle. Das ist das. Wir werden uns nachher noch ein paar Sachen angucken, die ich vorbereitet habe für euch, dass ihr seht, wie ich Höhlentauche. Das hier ist kein Höhlentauchen. Ich würde den Teufel tun, liebe Freunde da draußen, und mit einem Fritz Meiniger mit 15 Tauchgängen Höhlentauchen gehen. Das wäre bescheuert, wahnsinnig, verantwortungslos und absolut neben der Spur. Weil Höhlentauchen ist die Königsdisziplin im technischen Tauchen, im Tauchen allgemein. Und da ist der Fritz viele Jahre von entfernt und viele Tauchgänge und vor allem viel, viel Übung von entfernt, viele Ausbildungen. Ich habe meinen Höhlentauchen-Schein gemacht, was habe ich vorhin gesagt, 2011. Nach acht Jahren intensivsten Tauchens und mein Geld schon damit verdienend, habe ich mich erst rangewagt an die psychisch und physisch sehr, sehr anspruchsvolle Ausbildung des Höhlentauchens bei einem der besten Höhlentaucher der Welt, Robby Schmidner in Mexiko. Das ist ganz anderes Kaliber, werdet ihr nachher verstehen, zeige ich euch. Also mit zwei Backup-Lampen noch zusätzlich. So, aber hat er recht, was er hier sagt. Also man geht mit mindestens drei Lampen rein, nicht drei zusätzlichen, sondern mindestens drei. Man hat eine Hauptlampe, die man auf der Hand trägt, meistens eine Akkutanklampe mit Schlauch oder ich habe heute eine ohne Schlauch und zwei Backup, die ich persönlich hier an der Seite trage, beim normalen Höhlentauchen oder beim Side-Mount, wie wir es nachher sehen werden, trage ich die hier oben am Helm, damit man, falls das Licht ausfällt, immer noch auf dem Backup wechseln kann und wenn man zu zweit drin ist, hat man schon sechs Lampen dabei, da kann eigentlich im Prinzip nichts schief gehen, weil Licht brauchst du in einer Höhle definitiv. Da, wo wir tauchen gehen, ist eine, ich würde dazu nicht Höhle sagen, ich würde sagen eine Kaverne oder so, also etwas, ein Schlitz in der Wand, wo man einfach ein Stückchen reingehen kann, aber man sieht die ganze Zeit Tageslicht. Also das, was aus dem Meer kommt und oben ist offen, das heißt, habe ich ein Problem, kann ich jederzeit auftauchen, kein Thema. Dann ist es eben keine Höhle oder kein sogenanntes Overhead-Environment, also wo ich nicht auftauchen kann. Die tauchen jetzt im sogenannten Eingangsbereich der Höhle, das ist der Kavernenbereich, das heißt, das ist der Bereich, wo man noch mit einem bloßen Auge das Tageslicht erkennen kann, etc., wo man halt also das Ganze noch sieht. Jetzt kommen die Kälternlampen noch dazu. Diese Kälternlampen hier an der Seite haben, die kostet eine Lampe 1.800 Euro, die haben 18.000, 15.000 oder 18.000 Lumen, je nach Modell. Haben 15.000, damit leuchte ich euch den ganzen Dschungel und jeglichste Kaverne aus. Die haben ordentlich Bums, richtig geile Lampen. Dadurch sieht man halt auch sehr, sehr viel. Richtig Power, habe ich auch die beiden absolut, die leuchten das ganze Ding aus. So, liebe ich. Aber, und da kommen wir jetzt zum Punkt, die tauchen hier rein und hört mal, was er sagt. Wir hatten außerdem immer wieder verschiedenste Strömungen. Ja, wenn man ein Tauchanfänger ist, dann ist für einen schon die kleinste Pipi-Strömung eine Strömung. Hier hatten wir keine Strömung, weil ich entschieden habe, zum Tidenwechsel tauchen zu gehen, weil ansonsten, müsst ihr euch vorstellen, ist ja oft das Meer. Wir haben einen großen Felsen, eine große Insel und da ist eben ein kleines Loch drin, da kann man reintauchen. Wenn da jetzt eine Strömung wäre, die können uns ja reinziehen, rausziehen, an der Seite vorbeifegen, dann wird es schwierig, anspruchsvoll und das kannst du mit einem Tauchanfänger nicht machen. Deswegen sind wir zu Tidenwechsel hingegangen. Das heißt, zwischen Ebbe und Flut hast du so eine Stunde Stillwasser und genau zu dem Punkt waren wir da. Das seht ihr auch schon, die Blasen steigen nach oben oder gehen nicht nach vorne oder nach hinten. Das wäre ein Anzeichen für Strömung. Hier war gar keine Strömung, alles easy. Da schwappt man eine Welle rein, ja, dann wirst du mal so einen Meter nach vorne und wieder einen Meter zurück. Keine Strömung, alles easy. Verschiedene Strömungen in einer Höhle. Also erster Punkt. In einer Höhle mit Strömung wird es sehr, sehr anspruchsvoll, aber nochmal, keine Höhle und keine Strömung. Als Anfänger gehst du nicht, darfst du nicht in eine Höhle. Und das ist ja etwas, wo ich jetzt sagen muss, das kreide ich ein bisschen Robert an. Hey, hier könnt ihr mir ankreiden, wäre ich mit dem Fritz in eine Höhle gegangen, auf jeden Fall, aber würde ich nicht machen. Also Tauchszene beruhigt euch wieder. Niemand wird hier sterben, niemand war in einer Höhle. Als Anfänger gehst du nicht in eine Höhle. Guck mal, ihr schreibt hier, informiert dich besser, bevor du das nächste Mal eine Reaction hochlässt. Ja, der konnte das ja gar nicht wissen. Und das ist das Gemeine. Ich habe ja gesagt, alle haben recht, weil ihr eben die Information nicht hattet. Und da muss man immer sagen, nur wer dabei gewesen ist, weiß wirklich, was los ist. Und deswegen tue ich mich vermutlich mit dieser Reaction-Szene und sowas ein bisschen schwer, weil man muss immer dabei gewesen sein. Oder man muss einfach das Gesamtbild kennen. Und nicht nur diese 5 oder 10 Prozent, die abgebildet werden. Und von daher, der Krieger macht das schon alles ganz cool und reagiert da schon richtig. Also, es wäre verantwortungslos von mir gewesen, aber so bin ich nicht. Warum? Höhen tauchen ist verdammt gefährlich. Der besondere Part ist, wenn eine Notsituation kommt, kannst du nicht auftauchen. Das ist ein sogenanntes Overhead Environment. Das heißt, dass du über die drüber hast du eine Decke. Das heißt... Wir gucken uns nachher mal ein Overhead Environment an, dass ihr auch versteht, was er meint. Du musst erst mal wieder zurücktauchen. Und gerade mit einem Anfänger, der, ich sag mal, leichte Probleme hat mit der Tarierung... Das Fritzchen hat keine Probleme mit der Tarierung. Der kann sehr gut tarieren. Das macht er wirklich gut. Was ja auch vollkommen... Weil Probleme wären, wenn er oben an die Decke stoßen würde in einer Höhle oder an den Rand ran oder ständig nach unten sinken würde oder so. Passiert nicht. Fritz kann super tarieren. Alles easy. Wie gesagt, nicht böse. Ist das sehr, sehr schwierig. Dann jetzt zum Beispiel hier in die... Gemeine Szene. Also der Fritz zeigt hier eine Situation, die aussieht wie eine Höhle. Weil wir haben eine Decke oben drüber. Das seht ihr hier. Und im Anschluss an, wir sind da in eine Höhle getaucht. Ja, ist ein anderer Tauchgang. Das ist in Formigasch, so heißt der Tauchplatz. Und ein sogenannter Swimthrough. Das heißt auf, weiß ich jetzt nicht, zwölf Meter Tiefe oder sowas, ist einfach so ein Bogen aus Stein und da kann man einmal durchschwimmen. Das macht Spaß, sieht geil aus. Passt mal auf. Ich zeige euch das mal. Also ihr seht, wir tauchen hier durch und hier vorne ist schon der nächste. Hier kommt überall Tageslicht rein. Das ist einfach so ein Bogen, wo man einmal durchgeht. Also keine Höhle. Und übrigens auch auf der anderen Seite offen. Das heißt, man kann da... Das sind Screenshots aus meinem Video, was ich gefilmt habe, dass man einfach diesen anderen Blickwinkel sieht, macht euch keine Sorgen, ist keine Höhle. Es sind nur so Arches oder Bögen, wo man einfach durchgleiten kann. Und ihr seht, der Fritz berührt hier nichts. Der kann also extrem geil tarieren. Ja, extrem geil nicht, aber geil tarieren. Also keine Panik, keine Höhle. Ist nur ein Swim-Through. So sieht das auch aus. Das habe ich nochmal gemacht. Hier. Ihr seht, es ist jederzeit oben offen. Keine Panik. Aber wenn man das natürlich so schneidet und Höhlen tauchen nennt, dann kriegt man schon mal einen falschen Eindruck. Hier seht ihr das auch. Hier tauche ich noch durch. Man kann da überall raus und hat nur eine ganz kurze Strecke, so ein Swim-Through, wo man einmal durchgeht. Also alles, alles easy. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Höhlen tauchen mit Fritz könnte ein Video sein in so fünf, sechs Jahren. Gehen wir mal weiter hier. Das ist eine Situation. Sie tauchen jetzt hier durch so ein... Na, das hier ist schon innen in der Höhle drin. So und hier, gut, man sieht hinten das Tageslicht. Aber das ist eine Passage, wo du mit Sporttauchausrüstung meiner Meinung nach nichts zu suchen hast. Wenn es eine Höhle wäre, sollte man da nicht mit Sporttauchausrüstung rein, aber ein Swim-Through kannst du mit jeder Ausrüstung oder sogar Apnoe machen. Kein Problem. Warum? Weil es ist auch nicht tief. Du kennst dieses Gebiet nicht. Ich kenne das Gebiet sehr gut. Ich habe dort viele, viele Tauchgänge gemacht und nehme den Fritz auch nur dahin mit, was ich auch kenne. Es war auch bei diesem Tauchgang, so wie ich das gesehen habe, kein... Könntest du auch einen bewusstlosen Fritz hochbekommen? Auf jeden Fall. Aber warum sollte der Fritz bewusstlos werden? Das ist doch eher unwahrscheinlich. Da müsste irgendwie schlechte Luft in der Flasche sein oder eher einen Herzinfarkt kriegen, aber das ist hier eigentlich ausgeschlossen. Der Tauchguide mit dabei. Es waren die beiden Taucher, Robert, sein Kumpel und Fritz, die da durchgetaucht sind. Und man kennt diese Situation nicht. Was wäre jetzt in dieser Situation, wenn es eine Strömung gibt, die einen dort oben... Hier kommt nicht auf einmal eine Strömung oder irgendwas. Das ist ein völliger Pipi-Tauchplatz. Der Swim-Through ist auf acht Meter Tiefe. Da geht es einmal durch den Arsch, dann der nächste und so weiter. Und ich habe diese ganzen Tauchgänge übrigens gemacht, nicht um zu filmen, weil ihr seht ja, das ist ja für mich kein filmenswerter Ort nach tausend Tauchgängen und da schon wirklich hunderte Male gewesen zu sein, sondern ich habe diese Tauchgänge gemacht, damit Fritz sich an die Ausrüstung gewöhnt. Das sind quasi Ausbildungstauchgänge, damit ich meine Ausrüstung checken kann, damit wir gucken, wie wir als Gruppe Nico, Fritz und ich klarkommen. Und was man nicht vergessen darf, das Fritzchen hat während der kompletten Tauchgänge auf den Azoren einen Aufpasser, immer nur einen Meter von sich entfernt gehabt. Den Marty, den Tauchguide, ich brauche dort keinen Tauchguide, weil ich kenne die Plätze. Der Marty ist nur dafür da, dass egal was mit dem Fritz ist, der geht rein. Und da reicht von mir nur Augenzwinker und dann geht er hin. Also das ist überhaupt kein Problem. Der Fritz hat quasi wie so ein... Also ob Fritz Fallschirmspringen geht und der Tandem-Master hängt an ihm dran. Müsst ihr euch so vorstellen. An die Decke presst. Also dann hat man ein wirklich enormes Problem. Und die ist halt echt, echt, echt heftig. Weil dann hängst du da und du hast keine Ahnung, wie du da rauskommst. So, hier in dieser Passage, man sieht es hier eigentlich sehr, sehr schön. Und zwar... Wie gesagt, hat Fritz gemein zusammengeschnitten. Kleiner Gemeinecke, da war er wieder. Aber so ist das im Film. Das muss ja gut aussehen. Das muss toll aussehen. Nur hat das Fritzchen natürlich nicht mit der deutschen Tauchszene gerechnet und mit den ganzen Profis, die das vielleicht falsch interpretieren könnten. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt mit diesem Stream alles aus der Welt schaffen kann. Und es sind überhaupt noch Leute da. Ich erkläre nur Tauchquatsch. Das ist vielleicht auch gar nicht alles so interessant. Ich hoffe, das ist überhaupt cool, so wie ich das mache. So. Okay, yes, sir. Alles klar. Gemeinecke, da war er wieder. Ja, das macht er mit Absicht. Und nochmal, erinnert euch an das Bild, wie der zu Hause sitzt und denkt, okay, wer geht doch. Und der Fritz ist noch ein Anfänger. Der benutzt dann natürlich andere, wie sagt man, nicht Termini, sondern Fachbegriffe, die vielleicht nicht unbedingt richtig sind. Bupp. Aber denkt dran, nehmt es ihm nicht übel. Er ist ja auch noch ein Anfänger in Sachen Tatsache. Ganz vorne weg. Seht ihr die Cressi-Flossen? Die hat nicht Fritz. Hier vorne ist Robert. Das heißt, diese Aufnahme ist von Fritz. Was wäre, wenn Fritz jetzt ein Problem hat? Dann hat er hinter sich seinen Aufpasser Mardi. Und ganz vorne ist der Nico. Also, immer mit Aufpasser, keine Panik. Jetzt kommen wir gleich zu einem Punkt. Fritz hat einen Luftverbrauch. Wir haben das mal im Stream ausgerechnet von circa 8. Man rechnet im Stream. Fritz, du kannst dich aber glücklich schätzen. Die anderen Leute rechnen für dich den Luftverbrauch aus. Das finde ich geil. 20 Litern. Wenn die eine 11- oder 12-Liter-Flasche haben, nuckelt der die Flasche halt in der Tiefe von um die 25 Meter. In der Tiefe von 25 Metern sind wir gar nicht unterwegs. Wir sind hier in der Tiefe von 8 Metern vielleicht. Die hier waren unter 20 Metern. Sehr schnell leer. Das würde man, aber da sind wir nicht. Denn, das musst du ja auch wissen, der Fritz ist ja ein Anfänger. Und darf laut Schein auf 18 bzw. 20 Meter Tiefe tauchen. Wobei, das ist eine Empfehlung. Das gibt keine Tauchpolizei, die dann kommt. Moment mal ganz kurz. Sie waren hier auf 40 Meter sofort das Tauchprojekt her. Es gibt einige Szenen, wo das so ist. Wo man hinter den Tauchcomputer kontrolliert. Im Kreidesicher Moor zum Beispiel. Was auch völlig legitim ist. Aber, nochmal, wir sind hier nicht sporttaucherisch und als Sporttauchgruppe unterwegs. Sondern wir machen hier Gewöhnungstauchgänge. Ich bin Divemaster. Der Marty ist ein Divemaster. Das heißt, wir dürfen den Fritz auf die Tiefe mitnehmen, die wir als für den Fritz sicher erachten. Und seinen Skills entsprechend für vernünftig sehen. Und wenn ich den Fritz auf 25 Meter mitnehme, dann ist das völlig legitim, weil ich das erstens darf. Zweitens selber verantworten muss. Und drittens so einschätzen kann, dass der Fritz das Ganze überlebt. Das heißt, mit dem Aufpasser lasse ich den Fritz auch in so einer dunklen Situation mal kurz hinter mir. Aber nichtsdestotrotz. Denkt dran, das ist eine GoPro. Die hat einen kleinen Sensor. Da sieht alles schön dunkel aus. Mit meiner Kamera ist es hier noch sehr, sehr hell. Weil die einfach einen besseren Sensor hat. Und wenn er jetzt hier aus Versehen mal nicht auf sein Fini guckt, was einem Anfänger passieren kann. Ja, also ich gucke nicht mehr auf meinen Fini. Dem Anfänger passiert das nicht so oft, weil der Fritz guckt ständig auf seinen Fini. Weil er noch das kleine Peen in den Augen geht. Meine Luft geht weg. Und der sieht den Zeiger, weil er noch sehr, sehr viel atmet am Anfang. Aber zu dem Thema übrigens auch zu den ganzen Leuten, die nach oben kommen und Luft vergleichen. Du hast so viel gebraucht und ich habe so viel gebraucht. Und wer atmet, ist klug. Wirklich, ohne Scheiß. Wer atmen kann, ist klug. Wer viel atmet, ist klug. Weil dann baust du den Stickstoff auch schnell wieder ab. Wer Luft spart, ist ein Dummi. Wer nach oben kommt und sagt, ich habe doch so viel in der Flasche. Das ist ein Trottel, weil der hat zu wenig geatmet und dadurch zu viel CO2 in seinem Körper aufkommen lassen. Also atmen ist sehr klug. Lasst es euch gesagt sein. Spielt nicht dieses Spiel von der Tauchszene mit, wer hat am wenigsten Luft oder so. Das ist alles Quark. Dann kommst du, wenn die Luft ausgeht, nicht eben schnell genug hin. Weil Robert ist gerade mit seinem Video beschäftigt. Und ich bin überhaupt nicht mit dem Video beschäftigt. Ich filme gar nicht, sondern ich habe nur meine Lampen an, damit man was sieht. Und weiß ganz genau, was hinter mir passiert. Weil ich habe natürlich wie Chuck Norris auch hinten. Nein, aber der Mardi ist beim Fritz. Und ich drehe mich natürlich auch regelmäßig um. Und dieser Weg, der hier endlos in die Höhle erscheint, das waren 20 Meter, 25 Meter. Bis in einer Minute wieder draußen. Nicht mal. Wir sind 30 Sekunden wieder draußen. Also alles easy. Der Kollege da vorne kriegt eh nichts mit. Und Fritz, ihr seht es. Hey, der Kollege da vorne. Niko kriegt alles mit. Das ist ein sehr, sehr guter Taucher. Hat gerade gar kein Licht an. Das heißt, du kannst noch nicht mal irgendein Signal machen. Und ich kenne es selber mit den Kälternlampen. Wenn du dieses volle ausgeleuchtete Ambiente hast und auf deine Kamera fokussiert bist, dann siehst du so einen kleinen Lichtflackerer. Doch, sehe ich. Weil ich überhaupt nicht auf meine Kamera fokussiert bin. Und der Fritz hat auch noch nicht mit Licht kommuniziert. Das macht man in einer Höhle. Aber nochmal keine Höhle. Den siehst du nicht in der Kamera. So. Hier mal ganz kurz umgedreht. Was seht ihr? Hinter dem Fritz alles blau. Alles offen. Wir sind im Tageslichtbereich. Niemand geht in eine Höhle. Alles easy. Jetzt macht er dann mal die Lampe an. Der nach vorne strahlt mit seiner GoPro filmt. Denkt dran. Kleiner Sensor. Da ist immer alles schwarz. Und sobald die kein Licht hat. Das kennt ihr vielleicht von den GoPros. Sieht alles höllenmäßig dunkel aus. Vollkommen okay. Zwar nur eine. Aber zumindest was Vernünftiges. Guck mal. Und so ist es da die ganze Zeit, wenn man da genau hinschaut. Ihr seht jetzt den Nico da hinten. Oder bin ich das? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben uns dann am Anfang gesagt, jetzt sind wir alle stopp. Ich mache mal einen Vorschwimmer und komme mal wieder auf den Nico zu. Weil es einfach geil aussah mit diesem Blauen, dass der Nico eine schöne Aufnahme kriegt. Ihr seht, wir sind nicht tief. Acht oder zehn Meter. Oder sogar noch flacher. Oben ist alles offen. Wir können jederzeit auftauchen. Und alles Tageslichtbereich. Wir könnten sehen. Und die Lampe machst du nur an, wenn du nach vorne ins Dunkle leuchtest. Und taucht jetzt da durch. So, hier sieht man, was zumindest sehr schön ist. Dass es direkt, ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit so ist. Ich hoffe es. Man sieht es leider nicht. Ich vermute, dass es nicht so war. Aber man sieht hier, dass er direkt aufhört. Auftauchen könnte. Was vollkommen okay ist. Das ist ein Bereich, wenn er durch so eine enge Schlucht taucht. Was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich bezweifle, dass hier diese Schlucht war. Hier ist sie zum Beispiel definitiv. Weil anderer Tauchplatz, habt ihr schon gesehen. Und hier bezweifle ich es. Kannst du bezweifeln. Aber Gedo Tauchen ist ein toller Tauchplatz. Ist alles offen. Ich würde nicht sagen, dass es so ist. Aber sollte es so gewesen sein, ist es wirklich lebensgefährlich. Stimmt. So. Und gerade wenn man dann noch hinterher taucht. Oder auch hier. Hier ist nichts mit Tageslicht zu sehen. Man sieht die Lampe ein bisschen von ihm. Jetzt müsste Robert wahrscheinlich hinter ihm sein. Vollkommen in Ordnung. Da sieht man, dass Robert jetzt gerade ein paar Aufnahmen macht. So, da geht es jetzt wieder raus. Soweit alles in Ordnung. Soweit alles in Ordnung. Aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Denn der wird jetzt kommen, wenn wir rauskommen. Dass man da unten durch so eine Unterführung durchtaucht. Das ist das, was als Höhle interpretiert wurde. Wo dann mal kurz was über dem Kopf ist. Dieser schöne Bogen, wo man durchgehen kann. Alles cool. Alles easy. Haben wir auch gemacht. Macht auch jeder. Will es ja auch machen. Du willst ja auch Spaß haben dabei. Ja. Weil tatsächlich sind die Tauchplätze jetzt für mich als dort oft getauchter. Das gibt mir nicht mehr so viel, weil ich das schon so oft gemacht habe. Und als Tauchguide. Und dann macht es aber immer wieder Spaß, wenn so ein bisschen Struktur im Wasser ist. Weil da, wo Struktur ist, kommen natürlich auch Fische hin. Dann hat man vielleicht mal was zum Fotografieren oder so. Und auch der Fritz sollte sich natürlich so ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen. Und auch einfach mal was Neues sehen. Deswegen haben wir das gemacht. Ja, also es soll ja auch nicht irgendwie böse sein. Dann noch hier ein paar Muränen gesehen. Muränen. Robert mit der Kamera drauf. Ein paar Fische. Alles wunderbar. So. Jetzt kommen wir zum Punkt. 26 Minuten Tauchzeit. 20 Meter Wassertiefe. Wir gucken jetzt mal aufs Finimeter. 40 Bar. Ups. Im Normalfall sollte man mit dieser Luft an der Oberfläche sein. Absolut korrekte Aussage. Das ist so. Gerade vielleicht noch beim Safety Stop. Aber nicht in einer Wassertiefe von 20 Metern. Absolut korrekt. Hat der Krieger recht. Und da ist halt der Punkt. Und den kenne ich halt selber auch. Sowohl von beiden Seiten. Ich war auch. Und ich bin auch immer noch ein Luftfresser. Das heißt, ich verbrauche auch viel Luft. Und ich kenne es selber aus der Sicht von Fritz. Du guckst auf deinen Tauchcomputer. Guckst drauf und siehst. Scheiße. Tauchgang hat jetzt was weiß ich. Keine Ahnung. Ist jetzt 18 Minuten um. Man guckt auf sein Finimeter 100 Bar. 18 Minuten. Normalerweise taucht man eine Stunde. 18 Minuten. Die wollen hier Aufnahmen machen. 18 Minuten 100 Bar. Nochmal. Die Tauchgänge waren nicht, um irgendwas zu filmen. Weil da gab es für mich nichts zu filmen. Das ist reine Wassergewöhnung fürs Fritzchen. Und Anpassung an das, was da noch kommt. Also wirklich, es geht hier nicht um Aufnahmen. Scheiße. Ja, ich sag denen mal. Ja, ja, ich hab mal 130 Bar. Gut, bei 70 Bar wird man dann schon nervös. Da denkt man dann schon so. Ja, vielleicht sollte ich jetzt mal so langsam. Hat er recht. So, genauso aber auch der umgekehrte Fall. Ich meine, ein Robert und sein Partner. Die wissen natürlich auch, Robert, Fritz verbraucht ein bisschen mehr Luft. Alles klar, der kriegt mal unter Wasser, kriegt der mal eine kleine Luftspritze. Nein. Von mir kriegt der Fritz schon mal gar nichts. Meine Luft brauche ich selber. Also ich habe den Vorteil, ich habe jetzt nicht so eine übermäßig große Lunge. Ich verbrauche nicht mehr super viel Luft nach all den Jahren. Das ist alles okay. Und der Nico auch nicht. Das kommt einfach mit der Erfahrung und mit dem, wie man sich dem Tauchen hingibt. Also während Nico und ich so durchs Wasser gleiten, macht der Fritz natürlich die ganze Zeit sowas und verbraucht dadurch viel, viel mehr, weil er noch viel mehr mit dem Tauchen an sich beschäftigt ist. Aber zum Einordnen, die Bedingungen, unter denen wir hier tauchen, super gute Sicht, warmes Wasser, keine Strömung, geringe Tiefen, also alle, die für Fritz vertretbar sind. Die Tauchgänge waren alle zwischen 10 und 15 Meter meistens. Pipifax. Egal, was da passiert. Wir sind immer nah beieinander. Man sieht sich, die Bedingungen sind wirklich so, so gut, dass man extrem sicher tauchen kann. Wir reden hier nicht über Ostsee, kaltes Wasser, Tiefe, Dunkle, Nichtsehen, Höhle, alles ausgeschlossen. Das ist das einfachste Tauchen, was es gibt. Du hast immer eine Referenz an der Seite durch diese Steine, du siehst den Boden. Also das ist das einfachste Tauchen, was es gibt. Aber er hat recht, mit 40 Bar sollte man an der Oberfläche sein. Korrekt. Pipapo. Aber, und das ist dann etwas, wo ich Robert wieder kritisieren muss. Hey! Wenn ich mit einem Tauchanfänger tauche, und das habe ich auch schon gemacht, ich bin mit Leuten, die in Ägypten gerade in den Open Water Diver gemacht haben, haben wir einen Tauchgang gemacht. Jetzt gerade der letzte in Masachagra, war der Max mit dabei, der Mexel, vielleicht liest ihr das Ganze hier, wird wahrscheinlich auch kommentieren. So, dann frage ich unter Wasser, hey, wie viel Luft hast du noch? Das ist das Zeichen dafür. Und dann sagt er mir, na, ich habe einen halben Tank. Also ich frage den Fritz gar nicht, wie viel Luft er noch hat, weil das ist nicht mein Bier. Dafür hat er seinen Aufpasser um sich herum, den Mori. Und der fragt ihn natürlich. Und der Fritz guckt sowieso die ganze Zeit auf seinen Fenimeter. Und ich sehe das aus dem Augenwinkel, was der hat. Ich kenne das Fenimeter sehr gut. Und bin ja auch die ganze Zeit am Fritzchen dran. Weil sonst habe ich ja auch nichts, wenn ich mal was filme, wo ich draufdrücken kann. Beziehungsweise ich möchte ja was vor der Kamera haben. Und da Fritz auch schöne Aufnahmen haben möchte, habe ich ihn auch mal gefilmt. Und da reicht mir ein Blick, dann weiß ich alles klar. So, wie hat er noch? Ich kann die Situation einschätzen. Jetzt wird es kritisch, dann muss er hoch oder so weiter. Also alles easy. Ja, komm her und dann tauschen wir. Dann kriegt er meinen Atemregler. Ja, das mache ich nicht. Also ich gebe dem Fritz unter Wasser nicht meinen Atemregler. Der könnte bei mir noch mitatmen. Weil an dieser Stelle, wo der Fritz 40 hat, haben Nico und ich noch jeder 100 oder mehr. Das heißt, wir haben noch mehr als genug für alle anderen. Aber der Fritz hat ja den persönlichen Aufpasser, Marty. Und wenn der sieht, oh jetzt wird es kritisch für Fritz, dann kann der den noch an seinen Atemregler mit dran nehmen. Das heißt, das ist sein persönliches Backup. Und dann hat der Fritz eigentlich noch Nico und mich als Backup. Und vergesst bitte nicht, das hier ist kein Sporttauchgang, wo einfach eine Gruppe von Freunden ein bisschen am Riff rumdüdelt und sich was anguckt. Und jeder ein Anfänger ist. Sondern der Fritz ist hier mit drei absoluten Ultra-Profis unterwegs. Einer, der nur dafür da ist, auf den Fritz aufzupassen. Und zwei, die ihn die ganze Zeit im Blick haben, weil auch ich bin für diese Sache hier als höchstprioritierter total verantwortlich. Und wenn ich bei diesen Pipi-Tauchbedingungen sehe, der Fritz hat oder geht auf die 50. Wir haben da unten aber noch was. Oder ich kann noch ein schönes Bild machen. Dann ist das ein Blick zu Martin, der sagt, alles klar, geht rüber. Und hat sogar schon den Zweitatemregler ready, um den den Fritz zu geben. Nicht nur im Notfall, sondern damit er auch noch mit Luft in der Flasche nach oben kommt. Das kann man in einer solchen Situation total legitim machen. In einer Ausnahmesituation sollte man nicht. Da hat der Krieger absolut recht. Jeder sollte mit 50 Bar wieder oben sein. Das ist die schönste Wunschvorstellung. Ich komme da bei solchen Tauchgängen raus mit 80 oder 90. Keine Ahnung. Das liegt einfach an der Erfahrung und der Nikolai auch. Und der Fritz, der eben viel atmet, der kriegt dann mal, wenn es dazu kam, und es kam einmal vor, eben etwas von seinem Aufpasser, der dann auch noch mehr als Niko und ich zusammen in der Flasche haben. So ungefähr. Also alles easy. Denkt dran, es ist etwas anderes als ein Hobby-Sporttauchgang von Anfängern. Dann kriegt er direkt ein bisschen Luft, dass er mit ungefähr 50 Bar beim Safety-Stop ist oder sogar rauskommt, aber nicht auf 20 Metern mit 40 Bar hängt. Das kann man kurz machen, weil man, wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, der ganze Tauchgang ist ja nicht auf 20 Meter die ganze Zeit. Wir gehen noch tiefer, sondern auf 20 Meter haben wir schon einen Blick gehabt. Alles klar, der hat noch 40. Bei diesen Pipi-Bedingungen lassen wir das durchgehen. Wir gehen dann stückweise relativ zügig nach oben bis auf den Safety-Stop und dann schafft er das alles locker. Kein Thema. Was passiert jetzt, wenn einer der beiden ein Problem bekommen sollte? Was weiß ich, der Atemregler ist kaputt, der bläst ab, was weiß ich. Der Atemregler geht so schnell nicht kaputt, ist der beste, der aktuell auf dem Weltmarkt existiert. Ein Atomic und der geht so schnell nicht kaputt, zumal er auch neu ist. Wir haben den zusammengebaut, ich tauche den auch. Wir haben hier beste Ausrüstung in den Bedingungen, wenn hier irgendwas passiert, lässt sich das Problem hier sehr leicht lösen. Woanders, Kälte, Tiefer, Beastars, problematisch hier, alles easy. Können die Flaschen noch zumachen. Und nochmal, das hätte der Fritz vielleicht machen müssen, vor dem Video, ein Disclaimer oder wie man das nennt. Und Achtung, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Es sei denn, ihr seid mit absoluten Ultramonster-Profis unterwegs oder so. Aber das hier ist kein normaler Sporttauggang und so sollte das Ganze auch nicht aussehen. Und ich will das auch gar nicht hier verteidigen, aber mit 50 Bar sollte man schon wieder rauskommen. Super. Das ist easy. So. Und dann muss ein Taucher die anderen beiden mit seiner Flasche durchziehen. Also das ist definitiv... Nee, er muss nicht andere... Also ein Taucher zieht einen Taucher mit durch. In dem Fall, wie gesagt, der Aufpasser und wir hätten noch Nico und mich als Backup gehabt. Zu hart. Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr schlecht gemacht von Robert. Ob er die Situation wusste, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich weiß alles, was da unter Wasser passiert. Denn ich muss es ja auch verantworten. Logo, ich habe das im Blick. Aber das ist ein absolutes No-Go. Das ist echt kritisch. Auf 20 Metern mit 40 Bar zu sein, ist echt heftig. So. Dass man dann auftaucht, okay, alles klar. Man sieht auch hier in den Aufnahmen, sieht man auch... Und hier auch wieder, der Gemeinecke stichelt natürlich gerne. Und na klar, triggert das die halbe Welt, wenn er unter Wasser so einen kleinen Flex hinlegt und sagt, 20 Meter, 40 Bar, aufgetaucht mit 10. Boah. Dann die deutsche Tauchszene. Kannst du nicht machen, Fritz. Hier konnten jetzt Leute eine Woche nicht mehr schlafen. Absoluter Wahnsinn, was du den armen Menschen angetan hast. Aber er heißt ja nicht ohne Grund, Gemeinecke. Dass Fritz ordentlich am Pumpen ist, also ordentlich am Arbeiten ist. Was auch. Es ist nicht böse gemeint. Das ist vollkommen normal. War bei mir genau der gleiche Punkt. Dann taucht man auf, macht den Safety-Stop. Ich will gar nicht wissen, hier sind noch mal sieben Minuten vergangen, wie viel Luft er jetzt in seiner Flasche hat. Man sieht hier nirgendwo, dass er die Luft geschert hat. Also ich glaube, dass die Pulle so gut wie leer war. Noch nicht. Leider sieht man das Finimeter nicht. Aber ich glaube, da war es schon ordentlich. Und Fritz, kleiner Tipp fürs nächste Mal. Egal, wenn du noch mal ein Tauchvideo machst. Es ist schön, wenn du über die ganzen Daten und so weiter sprichst. Aber liebe Kinder, macht das nicht so wie der Fritz nach. Weil das ist völlig unverantwortlich. In dem Fall gebe ich dem Kriegerchen recht. Aber in der Situation halb so wild. Ordentlich rappt. So. Etwas, was ich noch leicht kritisieren muss. Noch mehr. Man ist ausgebildet, um auf 18 Meter tief zu tauchen. Mit dem Tauchschein, den Robert hat. Hey, ich darf tiefer tauchen. Ich darf, was darf ich, 75, glaube ich. Der meint schon wieder Fritz. Aber Fritz und ich sind uns zum Verwechseln ähnlich tatsächlich. Hier ist er auf 26,5 Meter gewesen. Ja, nochmal. Ich darf als Divemaster und gerade auch, wenn ich den Mordi dabei habe und den Taucher einschätzen kann, darf ich den Fritz auf die Tiefe mitnehmen, die ich als für den Fritz sicher erachte. Das ist rechtlich abgesichert. Drücke ich ein Auge zu. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, aber ich erinnere da gerne, tauch in deinen Limits. Mach das, was du gelernt hast. Wenn du tiefer tauchen willst, lerne es. Es hat einen Grund, warum du es lernen sollst. Alles, was du jetzt beim Tauchen... Nochmal, es sind Ausbildungstauchgänge auch für Fritz. Ich habe ihm auch gesagt, wäre mir länger da geblieben, habe ich ihm gesagt, musst du noch den Advanced Open Water hinterher schieben. Den hätte er dann noch locker machen können on the fly, weil er einfach das Potenzial dafür schon hat, ein Advanced Open Water Diver zu werden oder beziehungsweise auf dem Weg dahin ist. Dazu lernst, hat gewisse Gründe. Klar, es gibt Sachen wie zum Beispiel ein Boat Diver. Ist ein Kurs, den kannst du in eine Tonne kloppen. Meiner Meinung nach. Vermutlich. Oder was auch immer noch. Gibt auf jeden Fall viele unnütze Kurse. Aber es gibt Kurse wie zum Beispiel ein Deep Diver oder ein Advanced Open Water Diver oder ein Rescue Diver, die sehr, sehr viel Sinn machen und die dir sagen, hey, was können denn da überhaupt für Gefahren kommen? Was passiert auf 26 Metern? Das sind doch nur mal eben 8 Meter Unterschied oder 9 Meter Unterschied. Ja, aber diese 9 Meter Unterschied sind ein zusätzliches Bar. Das heißt, an der Oberfläche verbraucht Fritz 28 Liter Luft. In 10 Meter Tiefe verbraucht er 56 Liter Luft. Und wenn er jetzt auf, sagen wir mal, 30 Meter Tiefe gegangen wäre, wird er das Vierfache verbrauchen. Das heißt, er verbraucht dann über 100 Liter Luft in dieser Tiefe. Und das lernst du halt vorher gar nicht so extrem. Beziehungsweise es ist dir gar nicht bewusst, weil du mit viel zu vielen anderen Informationen viel zu viel um die Ohren hast, als das jetzt irgendwie vernünftig zu lernen. So, ist auf jeden Fall alles gut gegangen. Man geht an Bord. Hey, super. Wie krass war das? Kenne ich auch. Habe ich auch gemacht. 26,4 Meter. Juhu. Man kennt es. Man kennt es. Und gerade wenn wir, das war auch bei meinem tiefsten Tauchgang, du tauchst, dann nimmst du den Tauchcomputer und hältst ihn noch mal so ein Stück nach unten, damit du noch mal ein paar Zentimeter rausholst. Warum? So ist das einfach. Diese Zahl da. Quatsch. Die wird immer noch mal ein bisschen tiefer. Komm, am besten noch die Hand in den Sand einbuddeln. Haben wir alles schon erlebt. So, nächster Tauchgang. Rochen, alles cool, alles schön. Hier muss ich sagen, ich habe am Anfang, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, war ich echt ein Arschloch. War ich echt ein Arschloch. Bin ich dann jetzt auch ein Arschloch? Ich gebe euch jetzt mal ein kleines Beispiel von meinen ersten Schnurrchen. Ich gebe mal nach vorne. Ich würde mal den Fritzinger kritisieren. Und das nehme ich nach. Rochen, dies, das. Ein, ein, ein. Zack. Wir wollen eigentlich den Tieren. Quasi nicht den unteren Weg über den Sand, sondern er geht schon über den Stein weg. Also diese Stachelrochen, die da liegen an diesem Tauchplatz vor dem Ileusch, das sind große Weibchen, die sind dort, um ihre Kinder zu gebären. Und die gehen zwischendurch immer wieder auf Nahrungssuche und gehen dann von einem Sandpatch zum nächsten. Und an dem Tag, also wir sind die einzigen Taucher da. Und wenn man die filmen will, dann muss man sich sehr, sehr vorsichtig, das hat der Fritz in seinem Video schön gezeigt, muss man sich schön vorsichtig von vorne annähern, flach auf den Grund, weil die Feinde, Hammerhaie und ähnliche andere große Tiere, die gerne von oben angreifen. Deswegen geht man, legt sich vor den, filmt dann und hofft für die Filmaufnahmen, die man braucht, dass der irgendwann anfängt, so hoch zu wabern, hoch steigt und sich wegdreht und so langsam wegtrefft. Das ist so der Schuss, den man für den Tierfilm braucht. Das ist jetzt, klar, hast du den mal kurz aufgescheucht, aber das waren genau vier Sekunden in seinem Leben, dann geht er weg und dann ist er sowieso schon über alle Berge und liegt im nächsten Sandpatch. Und dann jagst du dieses Tier ja nicht, sondern lässt ihn dann einfach in Ruhe. Das ist bei den Rochen, die kannst du nicht auf dich zukommen lassen, da musst du das so machen. Als Tierfilmer, als normaler Taucher würde ich das natürlich auch nicht machen. A und alle anderen Tiere wie Delfine, Wale, Haie, die kommen eh von alleine auf dich zu, die kannst du gar nicht jagen in dem Sinne. Bei Rochen sieht das natürlich so aus und wenn du das falsch interpretierst, dann kann man schon mal sauer werden, aber ihr kennt mich, glaube ich, auch, dass ich ein sehr ethischer Mensch bin, was Tiere betrifft und die niemals hetzen oder scheuchen würde, außer vier Sekunden in ihrem Leben und an diesem Tag. Und das ist etwas, wo ich sage, fand ich nicht cool, das zu sehen. Nicht so schlimm. So, andere Aufnahme finde ich dann schon ein bisschen besser. Jetzt gleich. Der Rochen hat sich beruhigt, hat sich auch so ein bisschen daran gewöhnt. Man schleicht sich dann so ein bisschen an. Jetzt kommt so ein bisschen diese Drohgebärde. Hier hinten sieht man auch den Stachel. Niemand droht. Wo der Rochen einem den Schwanz mit dem Stachel quasi zeigt. Das ist dann so das erste Anzeichen, wo man sagt, nein, der dreht sich einfach um und schwimmt weg. Also Rochen drohen nicht. Macht euch da keine Sorgen. Ihr kennt die Steve Irwin-Geschichte, da gehen wir noch mal in ein Video irgendwann rein. Wir gucken uns das mal an und ich erkläre euch mal ganz genau, was da passiert. Ich habe diese Rochen übrigens persönlich auch im Aquarium gehalten früher. Die werden sogar handzahm. Sehr, sehr nice Tiere. Aber ich gucke sie mir lieber in der freien Natur an. Im Aquarium eher so beschissen. Na komm, alles weg. So, schöne Kamera, schön austariert. Geiles System. Neidisch. So, und weiter geht's. So, jetzt kommt noch ein Drückerfisch. Jetzt kommt eine Situation, die finde ich richtig krass. Wenn man sich das Fenimeter anschaut, dann sieht man, 40 Bar. Da sind 100 Bar, da sind 50 Bar. Uwe hat gesagt, das wären 70 Bar. Das sind nur noch 30 Bar. Naja. Das sind 30 Bar, die ein Fritz da gerade in seiner Flasche hat. Ja, vorangegangene Situation. Fritz ist wieder auf Tiefe, hat nur noch 30 oder 40 Bar in seiner Flasche und da sollte man schon längst oben sein. Aber auch hier, Einblick zu Mardi, er wusste ganz genau, zack, zog schon den Backup-Artenregler raus, dass der Fritz den im Notfall nehmen kann. Er hat ja wirklich einen direkten Aufpasser. Von daher habe ich da entschieden, weil Fritz sagte auch, ey, guck mal, ich habe hier so super wenig noch drin. Ich sage, den Stachelrochen kannst du noch angucken. Alles ganz entspannt, dann gehen wir danach direkt nach oben. Kein Problem. Und das finde ich mal richtig krass. Ja, sieht von außen wirklich richtig krass aus. Dann ist er auch schlimm. Soll man auch nicht machen, aber es ging. Schöne Aufnahme. Man sieht jetzt gerade, Fritz schleicht sich so ein bisschen an diesen Rochen an. Robert nimmt das Ganze hier mit der Kamera auf. Da sieht man jetzt, er kommt jetzt hier so ein bisschen rein. Jetzt wird natürlich dann auch das Klassische gemacht, der Stachel gefilmt. Der Rochen haut ab. Bombe. Und dann wird der Fritz nämlich auch schon, ich habe hier nur noch 30 Bar in der Flasche, Leute, wir müssen hoch. Ja, so schnell geht das nicht weg. Und wir sind ja auch bei dir. Auch der Fritz hatte da das kleine Peen in den Augen. Hashtag Taucher-Szene. Da sieht man auf dem Tauchcomputer 25 Meter oder 26 Meter mit 30 Bar Luft. Naja, 40. Das ist, sorry, da ich das sage, lebensgefährlich. Stimmt. Wenn man jetzt alleine unterwegs wäre oder mit anderen Sporttauchern oder unerfahrenen Leuten, ist es lebensgefährlich. Absolute Scheiße. Macht man nicht. Commander Krieger, 100 Prozent recht. Stutes No-Go. Und das zeigt mir einfach, ne, das ist einfach, keine Ahnung, das ist, das ist scheiße. Ja. So, da wird aufs 4 Meter geguckt, dann 7 Meter. Und da müsste man eigentlich im Fritz ins Video sagen, ey, Achtung, macht man so nicht und bitte nicht nachmachen und hier Ausnahmesituation. 10 Meter, hier sind wir schon in der Deko. Nein, also das weise ich zurück. Da seht ihr auf dem Tauchcomputer Low-NDL-Alert, das heißt No-Decompression-Limit. Das heißt im Prinzip, er hat noch jetzt an dieser Stelle auf 17 Meter 14 Minuten, bevor ein Deko-Tauchgang anfangen würde oder eine Deko bekommen würde. Das heißt, Achtung, der Computer sagt im Prinzip, Achtung, Vorsicht, wenn du jetzt noch länger tauchst auf dieser Tiefe, kommst du irgendwann in die Deko, musst also deinen Safety-Stop verlängern oder sogar statt 3 Minuten eben 5 Minuten machen und so weiter. Er geht dir dann schon automatisch auf 5 Minuten im Safety-Stop, sobald er auf 5 Meter ist, springt er zurück auf 3. Also kein Deko-Tauchgang, das ist weit außerhalb von Fritz seinen Fähigkeiten, nicht nur beim Atmen, weil er viel zu viel Luft noch verbraucht, sondern auch von der Tiefe her. Also der Fritz hat keinen Deko-Tauchgang gemacht und wird das auch so schnell noch nicht machen. Das sind noch ein paar Tauchgröße, bevor man sowas anfangen kann und ich würde ihn auch nicht mitnehmen auf den Deko-Tauchgang. Schon gar nicht unter diesen Bedingungen und schon gar nicht mit 30 Bar Luft in der Flasche. Keine Chance. Keine Ahnung, was mein Tauchcomputer mir da ansagt. Naja, also du steigst ja auch nicht ins Auto ein und kennst sofort alle Knöpfe, Lampen und so weiter als Anfänger. Das musst du ja auch erst üben und kennenlernen. In dem Fall Fritz in Schutz nehmen, der kann nicht alles immer von Anfang an auch 100%, 1000%ig wissen. In dem Fall, wie gesagt, nur Achtung, aber keine Panik, nur darauf hingewiesen. Know your fucking Equipment. Ja, das stimmt, das sage ich auch. Also du musst dein Equipment auf jeden Fall known, aber als Anfänger musst du es ja auch erst kennenlernen. So, das heißt, mit noch nicht mal 20 Tauchgang erster Deko-Tauchgang. Nö. Nö. Man muss wirklich froh sein, dass er so einen vernünftigen Atemregler hat, weil bei einem anderen Atemregler könnt ihr euch mal das vorspielen, wenn ihr euch vorstellt, ihr atmet durch den Mund ein und aus. Und wie das ist, wenn du keine Luft mehr kriegst bei einem Atemregler, wenn die Flasche leer ist, ist es einfach, da geht nichts mehr, da kommt nichts mehr. Und wie gesagt, dann hier zu zeigen, oh, ich habe jetzt hier noch zwölf Ball in der Flasche, dass da noch überhaupt Luft rauskommt, hart. Ja, hat er recht, weil da kann sich auch so ein Finimeter mal fortun, da kann das schon auf Null sein, zeigt aber noch zwölf an. Absolutes No-Go macht man nicht. Aber ihr seht es auch hier schon, Marty hat da seinen Atemregler, wir sind auf vier Meter oder was. Wir sind alle zusammen um ihn rum. Ich habe da auch mal ein Bild ausgesucht, weil er immer gesagt, wurde in einem anderen Video auch, wir würden sonst wo sein und so weiter. Also so tauchen wir. Das heißt, wir sind immer alle zusammen, immer alle in den Griff halten und ihr seht sogar hier den Fritz am kleinen Schläuchelchen von seinem Aufpasser. Dass das nicht okay ist, ist völlig berechtigte Kritik. Absolut. Sollte man nicht machen, aber in dem Fall für mich legitim. Und wenn man dann nicht weit von seinem Buddy weg ist und der Buddy gerade, ach, guck mal, da ist doch ein schöner Rochen, dann kann das sehr schnell tödlich enden. Also hier war keine Gefahrensituation, die hätte tödlich enden können. Nein. Ich möchte, dass dieses Video als Kritik angesehen wird, nicht als Hate. Verstanden. Ich möchte, das muss ich auch mal sagen, mit den Basisinfos, die du durch Fritz dein Video hast, völlig korrekt reagiert. Du kennst die Hintergrundinfos nicht, deswegen habe ich jetzt gehofft, dadurch das so ein bisschen erklären zu können. Also kein Hate zurück, alles legitim. Ich hoffe, jetzt können alle wieder schlafen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Dir einfach nur zeigen, dass das, was du da gemacht hast, nicht cool ist. Auch das, was Robert und so gemacht hat, nicht cool ist, weil das ist einfach gefährlich. So, wenn man sich hier, da waren die immer noch auf 17 Meter. Nee, also auf 17 Meter schießen wir nicht die Boje, das wäre ja völliger Schwachsinn. Die schießt du kurz unterhalb von 5 Meter. Da ist er ja schon am Boje aufwickeln. Musst du noch den Safety-Stop an Luft arbeiten. Also, ganz ehrlich, hart. Einfach, wie ich finde, sehr hart. Und ich wollte dieses Video machen. Ich meine, wir sind jetzt hier bei knapp 40 Minuten. Ich hoffe, dass da was bei angekommen ist. Und obendrauf, wie gesagt, ich habe es dir schon mal angeboten, Fritz, wenn du eine vernünftige Ausbildung haben möchtest, möchtest. Boah, der hat eine vernünftige Ausbildung gekriegt. Meld dich bei uns. Wir bilden dich aus, dass du in diesen Tiefen vernünftig und sicher tauchst. Von mir aus auch im Bereich Höhle. Höhlentaugung würde ich bei jemandem machen. Da gibt es genau zwei Personen auf der Welt. Brian Kaycook oder Robby Schmidner, die die Besten der Welt sind. Würde zu denen gehen, die das regelmäßig machen. Uwe ist Full Cave Instructor. Uwe kann alles ausbilden. Wirklich alles, außer Ab Null. Aber ansonsten alles. Wenn du eine vernünftige, solide Ausbildung haben willst, wo du nicht 1.500 oder 14.000 Euro Das haben wir schon besprochen. Ich mache jetzt mal an der Stelle Schluss. Also nochmal, kein Hate, alles cool. Hat er, ich gehe jetzt in die Full Cam. Bin ich in der Full Cam? Ja, ne? Okay. So Freunde, das war natürlich krass. Und nochmal, kein Hate an den Commander. Hat er alles richtig interpretiert und dass man das so nicht machen sollte und so nicht stehen lassen kann, ist auch richtig. Der Gemeinicke hat wieder zugeschlagen und die deutsche Tauchszene in Aufruhr versetzt. Ich hoffe, nach meinem Video können jetzt wieder einige Menschen ein bisschen besser schlafen und neben dem Fritzchen das ist nicht mehr ganz so übel und vor allen Dingen auch nicht mir. Ich würde nichts machen, was Fritz oder mein Leben gefährden würde. Das ist sicherlich hoffentlich irgendwie klar geworden. Ansonsten freue ich mich immer über konstruktiv kritische Diskussionen und wichtig ist keine Vorverurteilung. Man muss immer dabei gewesen sein, um darüber eben richtig berichten zu können, was da so passiert ist. Geht zum Commander, guckt euch das an. Ich habe jetzt seinen Kanal noch nicht mir richtig durch. Ich will auf jeden Fall noch High-Angriff sehen und man muss ja immer aus Höflichkeit sagen, erstmal danke, dass du das überhaupt gemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast und alles richtig kritisiert, aber hier und da auch ein bisschen missinterpretiert und ich hoffe, jetzt ist Licht im Dunkeln der Nicht-Höhle. So, ich lese mir die Sachen im Chat gleich durch. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln, Freunde. Ich wäre mal ganz kurz über